Sagen Sie Bescheid, ne? Hallo, hallo. Hi, hallo. Ja, müsste, glaube ich, alles soweit. Wir sind da. Spiel rein. Spieltreffen Verteiler, hallo. Hallo. Hi. Und ich darf ehrlich gesagt schon wieder meinen Tablet in die Hand drücken. Ich mache das zu? Ja. Und dann mache ich aber nicht das kleine Bild wieder auf, sondern gehe auf das Bild, was dir bei YouTube angezeigt wird. Ich mache das komplett neu auf. Das ganze Programm, ne? Ne, nicht das ganze Programm. Sondern du schiebst das ja zur Seite, wenn du es ausmachst. Ja, das hilft nicht mehr. Das hat bei mir eben nicht geholfen. Genau, das meine ich doch. Und dann gehe ich aber nicht wieder auf das kleine Bild, was du zugemacht hast, sondern bei YouTube wird er doch angezeigt, jetzt live. Ja, genau. Nochmal noch. Ah, okay. Dann will ich gleich mal. Momentan lädt er sich hier gerade in Wolf und behauptet, er hatte kein Internet. Hallo. Ich kann nichts lesen. Du musst das mit dem... Ähm... Jetzt kriege ich so langsamen Kontakt. Okay. Immer noch ein bisschen husten. Ich muss das nochmal ein bisschen in Szene setzen und dann komme ich. Was tut der hier mit dem Internet? Ja, hier in dem Raum muss wahrscheinlich auch nochmal ein... Verstärker. Verstärker rein. Also ein Ding rein. 이용 an ein bisschen compressiert. Also... ... ... ... ... ... ... ... ... jetzt kommen wir schon eher klaus w nie ja das sag mal die meuse hallo tino hallo mädels ihr müsst ihr ein bisschen platz machen ich weiß gar nicht warum ich glaube es war das letzte mal so spiel genau die letzten mal habe ich santa maria mit dem haben wir mit dem mit der copy der meusels gespielt letztens das erste spiel mit dieser hier gemacht und ich hatte keine tüten zu hand aber ich wollte einfach ins bett glaube ich habe alles wieder in diese original tüte getan weil es war in der woche und verdammt spät und wir haben heute roland kaiser verbot keine sexistischen alten herrn zitieren bitte und deswegen ist das ganze noch nicht sortiert werden wir nachholen so weiß ich nicht kann ich kann schon gucken aber ich habe nicht geguckt ja ich glaube viele gucken jetzt noch wahrscheinlich zu tisch ja dämlich momentan video zu verarbeiten von von einer halben stunde hi sophie hallo so ein shop mit vendakel ich weiß es tatsächlich nicht momentan ob das noch jemand hat der letzte war glaube ich brettspiel insel oder so oder beispiel verwandt der welche hatte nämlich gehört habe das war bei brettspielpreise einfach mal durch nullen ob das da irgendwo auftaucht so schulchen kriegen und sie hat eben verlage solche typen das müllbeutel aber nicht irgendwie da kannst du nichts das ist nicht zum holzteilung das tisch schauen wir später ein anderes video schon heute im fokus ja das ist auch super geworden ich bin begeistert noch die auf die die reaktion das war total ja hätte man nicht mit gerechnet so dann müsste es nur die beiden du hast mir gar kein getränk hier hingestellt nein weil die alle bei dir stehen das ist dann das soll ich das gleich mal machen noch das wäre nicht an mich gedacht ne doch wer hat denn santa maria schon gespielt warum ist heute dass mein tablett hier drin und gestern meine auslager das weiß ich nicht 1000 aufrufen hat noch geknackt ja da bin ich sicher das denke ich das wird klappen dafür ist aber deins nicht richtig drin also ich kann ja ich habe ja die elli kennen noch dass sie noch klitzeklitzeklitzeklitzeklitzeklitz nach unten drehst noch erst mal stopp und dann gucken wir manchmal weil sein tableau nicht komplett drin ist eigentlich wollte ich gestern ins bett sagt tino dann kam die top 25 der zwischen ja das freut uns und aufgeräumte spiel jetzt hat auch riesen spaß gemacht die zu machen das war echt echt gut in welchem gründ muss werden die veröffentlicht top 25 wöchentlich also jede woche fünf plätze das ist der plan ja ich habe völlig übergewertet allerdings allerdings wir haben ja auch kein was sollen wir denn machen nicht so richtig so ja dann müssen wir ständig spielen und so top die top 25 dankeschön dankeschön das freut uns hat wirklich spaß gemacht das war ein echter marathon ja dankeschön macht mir ja auch spaß hallo hallo hier hat das toll überarbeitet ja auch das hat sie auch tatsächlich eine harte woche hinter sich krone twilight geschnitten dass die top liste gemacht und dann spiel am ende doch glaube ich gefallen hat aber nach einer nacht über schlafen da möchte ich noch mal kurz darauf zurück ja mich beschäftigt ja sowas dann immer ja genau und und wenn dann dann so wenn ich jetzt eher gewusst hätte was 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 christ dafür für 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 mitte gegner aufstellt hätte ich die frau dann in dem haus gelassen und wenn mit ihr gar nicht so früh und hätte dann so ein polizisten halt im feuerwehrlöscher genommen und also sachen ja das das ist dann immer ein zeichen dafür dass hätte ich nie gespielt hat eigentlich doch gefällt so ist das und du jetzt nächsten samstag weiter wahrscheinlich auch wieder live ja also wenn wenn nachts bei mir die spiele über die bettdecke krabbeln dann haben wir eigentlich alles alles richtig ja und ich brauchen ein 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 stativ so mal gucken was wir so drauf bekommen weil wichtig ist nachher das ist das super danke für den unterhaltsamen sonntag morgen das freut uns das freut uns bitte bitte auch danke fürs lob ja ja ich bin mal gespannt was ich heute aus dem spiel macht letztes mal ist leider verloren es ist ja schön dass man es dann ein paar mal auf dem tisch bekommt weil wir sind nämlich immer nur nicht sicher mit dieser leiste hier darüber hat mich chris also ich habe davon nicht einmal die punkte bekommen ob die nicht zu mächtig ist im zwei spieler spiel wobei das aber 15 zu 0 punkte macht und elli nur sechs punkte vorspielen nach hinterher ich weiß aber nicht hier kommt man hier wenn du hier jetzt mal ein spatzel ist mir schon klar aber wenn du die dinger hier gleich aufdeckt und die dinger zum beispiel immer nur gold und edelsteine ja und ich aber dann kann das relativ beliebig werden ja ja das muss man einfach sehen ob es da möglichkeiten gibt mit diesen karten da oben rum zu spielen oder so und ich hatte hier oben alle erfüllt also hier diese die 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 dann hier diese ja den einen hatte ich aber zu zunutze zu einem halb und das muss man muss man wie gesagt gucken früher war der rauchmann top ten das war seitdem auch etwas später etwas stärker gefallen ja ja das stimmt tatsächlich wobei man wäre ja auch nicht mein top der kommt doch noch wer sei nicht aber das stimmt schon das stimmt schon man der hat aber nach wie von großartig man muss aber bei 25 25 aussagen dass also er nicht werden wir haben hier knapp 1000 spiele stehen und gespielt insgesamt was ich habe ich vielleicht 800 oder so das denke ich glaube ich viel mehr ich weiß nicht was du war was wie viel wie viel du schon bewertet hast bei das weiß ich gar nicht auf dem kopf aber ich habe auch nicht alles bewertet was gespielt haben die ganz von früher nicht und so naja aber da sind top 25 ist das schon schon großartig floppy hi top 125 super wie war es noch gestern guck dir das fazit nicht anders stimmt alles nicht was er gesagt hat er lieber also ich fand richtig guten jetzt echt spaß gemacht ich fand mich hat das das ist eigentlich wie jeder caller der der letzten jahren rausgekommen ist also es ist wirklich so aber das hätte ich das setting ist echt klasse das macht das macht schon laune ja so ganz okay zu sein bisher aber es ist wieder genau dasselbe aber wie willst du es anders darstellen jetzt haben wir gestern aber ich fand richtig cool ich fand richtig gut ich sag nichts mehr ich fand ich fand es richtig cool wir werden es ich habe jetzt schon so so in die spielefamilie aufgenommen also wirklich komplett sortiert alle in das weg geschmissen die pappkisten sind im müll also es muss bleiben heikon so ich glaube ich hab's liegt das an der olympiade heute so wenig zuschauer olympiade fasching stimmt fasching ist ja auch noch ob die aufzeichnung noch von sag schnell ich glaube ich fragte auf sich von smock ja klar morgen aber ich muss da noch selber dann reingucken wegen zeitmarken reinzusetzen ja es ist schade dass man das nicht mehr so machen kann wie man das sonst immer bei youtube machen konnte dass man diese einblendung drin hatte und wo man dann direkt drauf klicken konnte ja genau die aber die nordkoreanischen cheerleader die wurden gelobt ne ne nachricht haben sie geschrieben New York Times hat eine mischung aus stewardess in den 60ern den cheerleading der New York Ranger und der Roten Armee das fand ich schön ok hier liegen neue die musstest du dann bitte gleich nochmal erklären ja die gehen wir gleich nochmal durch so ich erkläre es mal das Spiel Marco Amatuli hi hallo hallo gute Figur abgegeben Markus hier finde ich auch genau da war Markus echt ein wenig uns hier das erste mal so richtig vor der Kamera nicht nur beim Spielen da hat die Erkältung die sich um sich geschlagen hat hat aber auch super Spaß ja aber war alles war alles top war alles top wir waren ja alle angeschlagen bis auf Mirko glaube ich ja Mirko war fit Mirko ist immer fit ja irgendwie schon so die üblichen Sachen wie viel Würfel und wie viele Plättchen ausliegen das weiß ich wie immer nicht und zwar das sind 5 jeweils was hier wichtig ist das Getreide wegdenken ist 2 Holz genau hier ist ein Druckfehler drauf vielleicht ändert Pegasus das ich denke ja wie gesagt das sind 2 Holz und es wird auch nochmal angezeigt irgendwo auf dem genau auf dem Tableau ist es dann auch wieder richtig der Stuhl quietscht hm so aber was ich vorweg sagen kann ist auch das Spiel hat eine gewaltige Lärmkorre ja finde ich weil dieses dieses managen mit mit den mit den Rohstoffen und die die Wege hier zusammen puzzeln ist also das ist echt nicht ohne ja drei Würfel pro Spieler die kannst du mir würfeln dann satieren wir die hier hin und dann kann ich auch schon erklären also dann haben wir auch noch stark krass in 2 Holz mit dem Fehler können wir leben die deutsche werden wir nicht extra kaufen ne vor allen Dingen wenn man so die Videos und Fotos auf dem Messer anguckt das ist das ist nichts anders das ist also wenn da jetzt noch jemand dran gewesen wäre der vielleicht die Sachen anders gemalt hätte aber so das Spiel ist bis auf dass die fünf Seiten hier irgendwie übersetzt wurden dürfte das kein Unterschied sein Hallo zusammen Hi Knacks Hallo Ui spielt noch mir knallt die dauert das Netzwerk bitte verprüfen sie ihr Internet das liegt aber am Tablet Ui spielt noch Otis Ja das kommt noch da freue ich mich drauf da kriegt man Lust auf eine Horrorbrille Oh das ist auch cool das hat einen Spaß gemacht also und wie wir ja es werden noch nicht so viel gesehen haben weil es sind zu Tisch gerade erst hochgeladen ist uns hat es tatsächlich unabhängig voneinander an Noria erinnert aber wir mochten es lieber ja also ein, zwei Mechanismen ein Mechanismen aber wir schnappen können wir nachher mal können wir ja mal schnappen so Santa Maria 2 das sind die Würfel die hier ist im Grunde eine schöne Zitaten Sammlung von Spielen das ist alles so man findet ganz viele Spiele eigentlich wieder ganz viele also das mit den Würfeln zum Beispiel Gran Ostia Ostia Bunko Burgund oder Bunko Burgund nicht aber ja genau so was die blauen Würfel sagte sagte jemand im Chat würden ihn erinnern an die schwarzen Würfel bei ähm sag schnell sag schnell Marco Polo ne von daher also es ist echt echt interessant so ähm die müssen wir noch umdrehen die Startschiffe wir können wenn wir dran sind verschiedene Dinge erlegen und schon wieder ist der Chat im Tablet nicht sichtbar ich glaube die freut sich auf Paperback ja wir auch ja wir auch hab mein Handy schon hier für Marco so es gibt mehrere Aktionsmöglichkeiten dann rassen sie die hier irgendwo drauf hier sieht man sie gespielt wird über drei Jahre jedes Jahr dauert so lange bis beide gepasst haben und ich habe verschiedene Möglichkeiten ich kann entweder meine Kolonie das ist dieses Tableau hier ausbauen mit diesen Kolonieplättchen das ist jetzt sieht auf den ersten Blick vielleicht nach Puzzeln aus ist es aber auch nur ganz am Rande denn äh ich mache eigentlich nichts weiter als die hier in diese Lücken einzufügen um sie später zu nutzen auch um Punkte daraus zu ziehen wie erzähle ich gleich aber das ist äh letztendlich eine Option Oh das sehe ich gerade jetzt erst die die Tableaus sind unterschiedlich ne? ja die sind unterschiedlich sogar zufällig welche gegeben ja ich wollte gerade sagen ich hatte letztens ein anderes ja das ist mein Gewinner Tableau also das die Ecken sind glaube ich gleich aber das was hier drin ja ist anders angeordnet ja ja das ist hm ist das ein Schwierigkeitsgrad nein danach kann ich meine Kolonie ausbauen indem ich diese Plättchen kaufe die hier kosten zwei Holz und die hier kosten zwei Holz und ein Getreide also nicht irritieren lassen wenn ihr seht hier ein Holz und Getreide haben wir vorhin schon gehabt ist ein Druckfehler wohl was ich muss mal Entschuldigung aber was ist denn A, B ja kannst du auch noch das sind zig verschiedene Seiten wir spielen doch jetzt mit A oder mit bei alle spielen mit B also ganz ganz egal wie du möchtest es sind verschiedene Seiten aber trotzdem sind die A Seiten machen wir drehen wir um auch nicht gleich ja eben ja das ist das also du hast schon ein paar Optionen hier finde ich ja inwieweit das jetzt alles sich in zig Spielen niederschlägt jetzt habe ich mich ja schon schon Strategien ausgedacht ich habe die Top 5 x 25 aber Full Rising ist dann aufgenommen ja tatsächlich weil ich glaube eine Woche später wäre dieses Spiel in die ein oder andere Top 25 gerutscht das glaube ich tatsächlich einmal gespielt oder nicht also ich bin übrigens dran an der Ausgabe das so ähm wo war ich? Aktionen machen wir also ich kann meine Kolonieplättchen hier kaufen ich kann für Geld Gebäude auf den Kolonien auf meinem Kolonietableau aktivieren und zwar einfach indem ich auf dieses Gebäude eine Münze lege und die entsprechende Aktion des Gebäudes mache die erste das erste Gebäude das ich auf diese Art und Weise aktiviere kostet mich eine Münze das zweite Gebäude zwei Münzen drei Münzen habe ich am Anfang so würde ich jetzt noch ein drittes Gebäude aktivieren wollen müsste ich drei bezahlen und so weiter sobald irgendwas Würfel oder Münzen auf einem Gebäude liegen sind die benutzt und mehr kann man nicht tun dann ein doppeltes Mal also ein zweites Mal aktivieren geht nicht so deswegen muss ich immer gucken wann ich was mache das ist die zweite Möglichkeit ich kann aber auch einen Würfel nehmen das sind diese hier zwei, drei, vier, fünf eins haben wir diese Runde nicht und kann die entsprechende Spalte aktivieren indem ich den Würfel da drauf lege und würde dann in diesem Fall dieses Gebäude aktivieren das bringt mir einmal Salz ich hoffe ihr könnt das sehen und einmal Getreide danach lege ich den Würfel auf dieses unterste Feld von der ist es vielleicht besser das mal in Nummer 4 zu demonstrieren wenn ich dieses hier nehme aktiviert ist alle Gebäude in dieser Spalte deswegen macht es natürlich Sinn im Laufe der Zeit auch seinen Konitenplan mal ein bisschen auszubauen so wäre es jetzt wenn ich das so hätte würde ich hier bekommen einen Diamanten eine Schiffsaktion das heißt ich könnte hier liefern an die an die Hefen und ich könnte hier bekommen einmal Holz und einmal einen Schritt auf der Konquistadorenleiste vorangehen dann gibt es hier noch diese betenden Hände das bedeutet einen Schritt auf dieser Gebetsleiste vorangehen oder Glaubensleiste so danach wird das unterste in der Reihe belegt und damit ist dieses Gebäude gesperrt das heißt wenn ich später nochmal eine 4 hätte also ich kann ja auch wie komme ich gleich dazu Würfelergebnisse nochmal manipulieren auf eine 4 zum Beispiel könnte ich immer noch diese beiden machen würde dann aber mit einer zweiten 4 dieses Gebäude sperren und so geht es ich kann natürlich aber auch mit einem blauen Würfel den bekomme ich über die Glaubensleiste so wie ich einen bekomme würfel ich den am Anfang der Runde immer neu und kann den in der entsprechenden Reihe einsetzen und dann macht er dasselbe wie eben die Weißen machen bloß in der Reihe davon kann ich maximal 3 haben gespielen jo, was haben wir noch die Konquistadorenleiste immer wenn ich auf dieser Konquistadorenleiste voranschreite kriege ich wenn ich so ein Goldfeld überschreite das ist immer zwischen zwei Feldern natürlich das entsprechende Gold und wer als zweiter hier längst kommt der setzt seinen oben drauf bei Gleichstand nachher wenn es darum geht wer das erste auf der Konquistadorenleiste dann ist es aber immer noch so dass der untere da einfach die Punkte kriegt und die Punkte die man am Ende kriegt sind auf weitesten ist 4, 5 und 6 Punkte jeweils in der Entwertung des jeweiligen Jahres so das hätten wir dann gibt es eben die Möglichkeit wenn ich ein Schiff liefere gucke ich hier an die Schiffe und würde zum Beispiel dieses Schiff hier möchte Salz haben das möchte Diamanten haben das möchte Getreide haben und das möchte Holz haben am Anfang habe ich zwei Holz das könnte man also sofort machen ausschlaggebend ist nochmal wo die hier liegen die Schiffe das heißt das ist hier dieses Smiley das ist immer ein Symbol für Siegpunkte würde ich jetzt mein Holz liefern würde ich dieses Schiff verdeckt hier anlegen an das Dock für Smilies für Siegpunkte und dann dementsprechend habe ich dann im Laufe des Spiels hier meine Docks wo wünschenswerterweise viele Schiffe liegen es kommen immer wieder neue und das Ganze wird auch dann irgendwann schwerer und besser vom Ertrag hier zum Beispiel Gold und Salz dafür gibt es dann 5 Siegpunkte am Ende des Spiels das hier ist einmal Holz für einen Siegpunkt also nicht ganz so ergiebig also das ergibt sich was da kommt das ist auch nicht irgendwie von der Reihenfolge vorbestimmt außer diesen 4 Startplättchen hier also da können jetzt gleich schon die Kracher kommen müssen aber nicht wenn ich nachdem ich meine Aktion gemacht habe und meine mehr kann ich nicht tun passen schiebe ich hier rüber so Startspieler ist immer der hier steht First wer am weitesten oben dieser Leiste ist wenn ich hier raufgehe kriege ich zwei Münzen wenn ich hier raufgehe das ist ein bisschen wie bei Madeira ich kann es eben auch so bekommen oder vielleicht bei anderen Spielen auch das ist ein Schritt auf der Glaubensleiste anstatt auf der Konfessadorenleiste und das hier ist nochmal eine zusätzliche Lieferung die ich an Schiffe machen kann dadurch kriege ich nochmal ein Schiff neu oder ich kann mir so ein Einserplättchen nehmen auch nicht schlecht damit eventuell eine Lücke schließen in der Kolonie so danach kriege ich Ausschüttungen aus meinen Schiffen und zwar für jedes Schiff das ich habe die entsprechende Reihe die entsprechende Anzahl habe ich drei Schiffe unten in der Siegpunktleiste liegen kriege ich drei Punkte drei Schiffe bei den Konfessadoren drei Schritte auf der Konfessadorenleiste und so weiter das ist nach jedem Jahr so bis zur Endwertung hier gibt es noch den Gelehrten immer wenn ich diesen Gelehrten über das heißt glaube ja immer Glaubensleister aber wenn ich hier über dieses Feld gehe ich so einen Gelehrten so einen Wandermönch und den kann ich einsetzen den Mönch floppig ignoriere das und entweder setze ich den ein hier auf diesen Einmal Feldern und kriege ich sofort den Ertrag indem ich also mit den Eingeborenen hier handel und zwar zwei Salz oder zwei Diamanten einmal Gold oder drei Punkte hier bekomme ich eine zusätzliche Fähigkeit wenn ich meinen Marker dahin lege sechs sind es allerdings nur und hier bekomme ich Entwertungspunkte allerdings kostet mich das in dem Moment auch schon zwei Siegpunkte nicht abgeben muss um das zu legen also muss man diese Punkte auch haben um die natürlich ausgeben zu können was die Plättchen im Einzelnen machen das erzähle ich gleich was haben wir noch zu erzählen haben wir, haben wir, haben wir, haben wir Entwertung und Wüffeln genau wurde schon ausgesprochen die Ecke die Ecke die Ecke die Ecke dann noch mal so schnell immer wenn ich würde nehmen kann ich den theoretisch manipulieren indem ich dafür ausgebe eine münze eine münze pro zahl und ich kann mit sechs auf mit drei zurückdrehen 454 drei drei münzen ich kann aber nicht aus der 6 1 machen also überrollen geht nicht das etwa und jetzt müssen wir natürlich gehen was darum diese plättchen so am ende des spiels gibt es auf jeden fall auch da noch mal siegpunkte das erste hier ist astronomie immer wenn du neues schiff bekommst du das hier hin legt das ist astronomie für ein neues schiff bekommst kannst du eine oder mehrere konz bezahlen und das um eine oder mehrere reihen zu verlegen also angenommen du kriegst das und conquistador und dort das schiff kannst du den münze bezahlen ist aber ins glaubens doch also für eine münze mache ich was einer das ist ein kompistatoren schiff das ist für eine münze ja in ein anderes dock ein schritt entfernt liegen für zwei münzen zwei schritte entfernt dann haben wir das da advanced economics and any time you may buy gem for sugar for three coins ich kann jederzeit drei münzen ausgeben jederzeit wenn du dran bist und bekommst dafür entweder gem oder so man kann jederzeit auch kaufen diese einfachen getreide einfachen sachen wie getreide und holz kann mehrzeit kaufen für drei gold sogar oder diamanten kann ich mir nicht kaufen das geht eben wenn du das hier hast schon es ist jetzt sogar dass das salz dann das hier ist construction oder es geht okay also nachdem du eine reihe oder eine spalte aktiviert hat mit einem würfel auch mit einem blauen würfel kannst du dir aussuchen welches gebäude damit belegt es muss die automatisch das letzte sein das ist auch nicht schlecht und gibt jeweils diese punkte am ende die diese punkte cities connected das hat mir letztes mal auch und zwar geht das ja das war dieses wo man den würfel dann eben hinstellen kann dass man ihn nicht an ende stellen muss so dass wie heißt das jetzt was was du jetzt da gerade vorstellst cities connected das ist also das ist wieder das sind die städte also diese rund städte diese und nicht das sind die städte in einer kolonie und deine town hall liegt das ja das ist die town hall und jede stadt die verbunden ist mit der town hall über wege gibt zwei punkte maximal aber zwölf also sechs mal kannst du es machen das hier schützt in the dock da suchst du dir einfach die reihe raus aber das war auch mit den nächsten schiffen in den meisten schiffen gibt auch maximal zwölf punkte das hier ist dasselbe wie cities to town hall nur mit kolonisten die verbunden sind also hätte ich doch hier eigentlich schon ein punkt jetzt auf jeden fall schon einen punkt sicher ja ich auch übrigens das ist noch die sache wer als erster legt egal wo da 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 legt hier muss er zwar bezahlen der zweite legt zahlt trotzdem immer noch zwei münzen an die bank also wenn alle in dem fall jetzt kommen würde er liegt zwei münzen an die bank nachzahlen müssen das ist natürlich schon ärgerlich bei münzen heißen züge so was haben wir noch entweder ist eigentlich es wird einfach alles durchgewertet ressources und coins und verkauft nach dieser tabelle hier alle seine ressourcen die man hat für einfache ressourcen bekomme ich eine münze für die etwas teureren kriege ich zwei münzen alles was bis dahin nicht geliefert habe und dann kriege ich für drei münzen einen punkt punkte gibt es keine leiste die werden hier somit den punktemarkern auch während des spiels festgehalten dann die kolonisten und zwar in jeder durchgehend geschlossenen reihe oder spalte zählt jeder kolonist ein punkt also wenn ich jetzt dieses hier tatsächlich so dicht hätte das zwei punkte in der entwertung so werden sogar drei über drei kurzen es gibt aber auch teile von zwei kölnisten auf seiner kreuzung stehen diese relativ begehrt da gibt es punkte für dann gibt es punkte für die münsche hier also diese drei siegpunkt relevanten plättchen die heilig die hefen und zwar pro shipment teil achtung wichtig schatz pro set dass du hast von jeder sorte 1 gibt drei punkte für das längste gibt drei punkte da und danach werden die schiffe umgedreht und geben auch noch mal punkte auf den schiffen sind wahrscheinlich weil ich letztes mal nicht die ich die set collection hatte gut das war's und wir dann die meisten punkte hat der das ding nach hause geholt okay und dementsprechend können wir anfangen höchste zahl ja 1 kann ja immer noch brennen so ruhig vor dem chat ja erzähl mal was wir müssen noch wir haben hier null karneval region die blauen spieler nicht mit ist so kennt haben die beine wir fangen ja alle schon da muss einer hin da muss einer hin da muss einer hin da muss einer hin dementsprechend fangen wir auch mit dem ersten blauen würfel schon an wir wollen nicht ablenken denn das passt schon alles gut ich verliere gerne ich bin bei golf story auf der switch schon cool wir brauchen eine switch hat ja wir haben die die spiele stapeln sich die spiele für nintendo wir haben auf der auf dem gamecube nächtelang mario golf gespielt für dich nächtelang zu geil noch eine neue runde kaverna zu ende gespielt lieber auf den ersten blick das klingt so ich möchte gerne die nummer fünf haben das ist schade und hätte gerne einmal betreide um mein konquistador geht ein jetzt mal eine ganz andere blöde frage dass das konnte man jederzeit machen aber als aktion ich zeig dir das mal wie das geht ich kaufe da was in zwei holz und hätte gerne diesen diamanten hier und würde den gerne hier hinlegen dann bist du dran ich werde mich nicht nachgelegt es kommen jeder runde fünf neue aber es wird nicht wieder aufgefüllt golf store ist ein golfer pg zwei spieler möglich für zwei holz und ein getreide möchte ich gerne das da haben ich hätte gerne sechs aktiviert bekomme zwei diamanten und einen schritt auf die glaubensleiste ich möchte gerne die drei haben und die drei aktiviert mir ein holz dann bezahle ich eine münze und aktiviere das schiff mit dem schiff liefere ich einen diamanten hier hin ich möchte gerne die nummer zwei haben und aktiviere damit den konquistador und bekomme noch einmal die sechs und bekomme dafür noch mal zwei diamanten dann hätte ich gerne die vier die vier bekomme ein holz mein konquistador wusch ein hoch bekomme ein gold holz hatte ich genommen gold holz und war trotzdem cool hier gerade ankündigt danke wie die culture erweiterung geht dann aber vor es sei denn die caverna erweiterung ist nicht zu teuer für mich als caverna nuvize vielleicht noch nicht erforderlich für sich ja die wie die culture erweiterung die stimmt die ist schon wichtig wenn er es gerne machen kann ist jetzt schon viel unglaublich das besser als urigen urigen schaden hammer gut muss da nicht neuer ich verkaufe alle meine diamanten für sechs und dann kaufe ich das kann ich alles sofort das ist ja alles so wie ich mag und dann würde ich gerne für sechs die gebe ich direkt wieder aus und möchte dieses teil gekaufen in dieser reihe für sechs habe ich sechs habe ich zwei holz gemacht und dafür jetzt habe ich das gekauft dann bist du dran ja 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 Hallo. Das dürfte aber auch nicht mehr so lange dauern, aber erst mal das Ohr runter. Ah. Das wird jetzt hart. Ja? Mhm. Eigentlich wollte ich das, was du mir da gerade für die Nase weggeschnecht hast, gerne haben. Achso. Ähm. Tut mir leid. Ich nehme hier Solle Le Polue. Bin noch unsicher, wenn man schafft es oder nicht, dass es meines Erachtens wenig zu beeinflussen muss. Trink mal wieder. Trink mal mehr auf den Tisch. Ja, hier auch noch. Magst du mir das letzte Plättchen mal bitte geben? Ja, sofort. Ab und zu sehr ernüchterhand. Ach, das bezieht sich auf die Solo-Modi, ne? Bitte. Danke. Heaven Ale ist abgebrochen, wenn ich merke, dass es nicht funktioniert. Ja, zuletzt wurde es besser. Bei Altiplano bastel ich noch selber. Mir will nichts Gutes einfallen. Aber was bei Worten liegt für super Ideen, für Rocco, Colo, Red Quest, Antoine, haben mich ungewohnt. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch diese selbstgebauten Automatex und so, das ist schon echt klasse. Also gut ab. Finde ich super. Thomas, hallo. Hallo. Ach, das ist doch doof. Das ist doch doof. Oh. 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 schon ganz viel kombinieren ja schon co2 oder bergst du jetzt letztes mal eingeschlafen was gesagt dass das nach der regelerklärung auf die ging ziemlich lange die regelerklärung so langweilig jeweils an wir haben es dann noch wir haben es dann noch kurz drüber unterhalten ich habe es also jochen hat wir spielen ich weiß nicht ob ich hoffe ich schaffe es auch so lange läuft ich finde ganz interessant das co2 zu becken eigentlich möchte eigentlich auch ich glaube wir sind dabei ja ich weiß es ist ein blatt du hast es gewonnen heute gibt sie gar nicht hier bin ich dran gut dann gebe ich zwei minzen aus und den auch die vier zu drehen und führe diese reihe aus kriege dort getreide zucker und eine schiffsaktion und mit der schiffsaktion liefere ich direkt salz hier oben hin und dann bist du dran gut ich gebe eine münze aus und mache hier daraus eine 6 und bekomme holz einmal getreide und einmal glauben und mit dem getreide vorher ich glaube noch einmal an und hätte noch einmal einen würfel und ich darf mir was aussuchen beide schön wie gesagt mb übrigens hallo coole spiel wundert mich dass ihr das nur auf kennerspielniveau seht ich finde das drüber welches dies jahr über kenner spiel das ist schon nicht ohne muss man sagen das ist also ja habe ich gesagt das ist mit gewaltige lernen ja man kann so viel im grunde machen mit indem man einfach wieder raushaut für geld und für geld hier was anderes man kann wirklich drehen 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 hier man kann seine züge manipulieren ganz gewaltig hat ganz schön viele kombi möglichkeiten damit ist schon war schon war das ist nicht ohne dass das gerade mich interessiert nur das sieben koop spielen in sofern macht nicht ganz so viel sinn das neue auch noch haben aber das material sieht recht cool aus ja ja ich habe es ja wie gesagt ich habe nie gespielt co2 habe ich kann ich nur noch gespielt er sagte dass die mikro für die die meinte er will nicht so preis sein deswegen wäre es vielleicht erst ein koop fan aber vielleicht die koop mögen wir das vielleicht was also erst da würde ich hier raus b macht gerade so weiß auch mal auch fertig hat dem spiel gestern wir vom zweier spiel abgesehen er die erzählen noch mal was soll ich erzählen dass wir es noch mal spielen werden zu zweit demnächst ich werde das auf jeden fall nächsten sonst noch mal auf den tisch bringen die nächste story und dann einfach mal wahrscheinlich auch zu zweit ich weiß nicht ob noch jemand dazu kommen müssen wir mal schauen also wenn dann bleiben wir zu zweit bleiben wir zu zweit versuchen tatsächlich zu spüren so zwar machen der so sammelbestellung mit yvonne hi hallo schon was von planet apocalypse gehört gehört ja becken bisher bin ich dann auch entfernt von aber mal gucken und ich will ja nicht so viel becken dies jahr und ich habe schon 1 1 habe ich glaube ich jetzt gebackt ne weiß ich nicht ne 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 hat sich ja ganz sicher nur nimm es ist nur nimm es ist aber das war's so dann bin ich dran ja dann täte ich passen und liefere noch mal getreide mb sagt ui dann möchte ich mal die kriterien wie kritik auswählen die das nicht mehr spielen will das war so ein schlechter erster eindruck denn du hast wie gesagt wie alle neuen cola aber irgendwie war wie auch immer erfasst wird ich dann doch natürlich mich interessiert dass an das ambiente ist die hintergrund story ist super das ist alles was 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 wir mögen ja naja eben ich möchte auch dass mir das gefällt denn es logisch auch gesagt er macht dieses viel auf kriegs hatte dieses jahr schon drei spiele jetzt ja das ist es ich habe auch gesagt ich weiß den zeit interessiert mich nicht ich freue mich mal ins wort ich aktiviere ihn ja aber ich dürfte ja jetzt aber nur in der reihe bekomme ich noch mal weil siehnte die auf folge um ja mit vor dem war die auch freuen wir auch drauf ich hab gesagt christ ich wollte es ja auch nicht so viel becken dann kam der januar genau der januar war schon böse da muss ich also echt schon alle zehn zusammen knallen habe ich nicht nur nennen ist es johai nächsten samstag noch mal was auch mal auch nicht sonntag sonntag ist ja immer euro so aber samstag spielen noch mal was auch mal auf jeden fall wir geben ja kein spiel nach dem ersten mal auf und mir hat es auch richtig gut gefallen ich habe es jetzt so wieder zu kleinteilig sortiert alles die inlays alle weggeschmissen ich muss das behalten ich muss das spielen muss es von sie auch folgen ja so ist auch in der co2 sagen stellen noch ein kooperatives monster schlacht spiel zu sein bis jetzt wenn die peter sind auch nichts gerissen außer kthulobo ja schon ziemlich cool muss ich sagen ich gerne aber das interessiert habe ich die anderen bisher auch nicht sein worker place mit spieler ein bisschen unsicher holz und glaube für den glauben noch mal an auch schon mal an also also auch ja 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 ok dann passe ich ach stimmt prehistory ja das habe ich ja in dem sinne auch und bin dann durch und ich passe und ich passe auf ok dann bekommen wir ausschüttungen gibt es auch sofort wenn man einen schritt kompistador die ist hinfällig und einen schritt hier du kriegst noch vier punkte ja und das war so schön die kompistador das hat doch gar nicht gesagt die wird immer zurückgesetzt also das rennen ist jedes in jedem jahr neu eröffnet ich habe hier noch vier würfel achso ich hab ja auch zwei und du bist Startspieler ne ok treasure mode das habe ich noch gar nicht angeguckt muss ich noch machen du hast great old one bestellen was auch noch so lange leider sind die verfallen sie sehen ja auch mal toll aus ok ich hätte ganz gerne die zwei und ich möchte gerne stehen bleiben und ich möchte gerne stehen bleiben ja ok ich nehme die andere drei und bekomme einmal holz ein schritt hier das heißt ich bekomme den würfel und ich bekomme den gelehrten und der gelehrte mit dem würde ich sehr gerne hier hin dass ich meine würfel da müsste ich jetzt aber zwei mindestens viel bezahlen weil das einfach so ist und dann bekomme ich noch salz und dann bist du dran dann möchte ich gerne die 1 haben jetzt habe ich eine frage geht man da ist jetzt hier unten hin ja gehe ich das stück für stück ja ja heißt das ich mache jetzt zuerst die schiffsaktion oder kann ich mir zuerst kann ich mir auch die zwei ressourcen nehmen das sollten wir vielleicht glaube ich das muss ja ich hab's gemacht ja ja okay das ist meine schiffsaktion ja schiffsaktion zwei salz nächste wo komme ich ein holz dann bekomme ich zwei taler schon einiges gutes geleistet nicht nur beispiel bereich bin auch ein fanboy was denn die ja natürlich also cthulhu pen and paper ist ganz ganz große kunst dann kann ich noch eine schiffsaktion machen ja auch irgendwas hat mir kurz jetzt erzählen bitte auflegen ja nehme ich für ein holz und würde das hat das weniger komplex ich habe mir sogar den bleiben ok robert hallo hallo stehen bleiben das holz ich bin mein sechser hier bekomme einmal holz und bekomme einmal Gebete und diese Gebete geht da links bist du dran? ich habe das Spiel überhaupt nicht gesehen bisher bei Barbarians keine Ahnung weder ein Bild noch irgendwie habe ich überhaupt keine Ahnung ich möchte gerne den 6er Würfel 6er Würfel das ist egal du kannst ja auch den 5er nehmen das ist grob gestorben ok für 2 Holz ok ich gebe auch 2 Holz in aus dann hätte ich gerne den oh ne ich hätte gerne den das möchte ich doch gerne den 6er Würfel der bleibt hier oben stehen ja für einen und ein Gebet ne ne ich bleibe da oben stehen den lasse ich frei ja du machst ja trotzdem alle Aktionen ach so ja du machst auch die Aktion die du abdeckst du musst bloß eine abdecken danach die du nicht mehr machen kannst dann habe ich mir vorhin irgendwann mal ein bisschen zu wenig gemacht aber ich weiß nicht mehr welches das habe ich mir erzählt ja ich dachte du bleibst an das das ist ja kein Vorteil ja stimmt ach Misti ok ok und ein Glauben und den Glauben feuer ich nochmal an damit bekomme ich noch einen Würfel den blauen und ich möchte gerne für 2 so das war von Stefan hallo von Stadt zu blau ich muss es mal gucken das ist das Bobar und pro abgeschlossen ok dann würde ich jetzt mal die 5 neben die 6 draus machen die Reihe aktivieren bekommen wir dafür 2 Diamanten so blockiere damit diesen ersten und einmal auf der Leiste dafür kriege ich noch ein Gebetsmenschen und den möchte ich gerne auf die 3 Siegpunkte setzen dann bist du dran was mich jetzt nur stutzig macht 1032 Aufrufe bei der Top sehr schön das ist gut spannend gleich auf die Jagd gegangen hier bei der 2 da habe ich kein kein Salz du hast von sagt das ist irgendwo ausgegeben der lacht ich meine ich meine aber dann ist okay ich meine aber ich nage mich nicht fest wie gesagt ich dachte das wäre von der vorgene Runde dann hatte ich alles klar ich weiß ist okay 19 Euro für mir das ist aber ein Hammer heute geschaffen das ist echt gut das ist echt hart das scheint Ihnen ja richtig zu gefallen was ist das hier oder was oder wie oder Mimis oder die Liste Stefan was meinst du ich mag es wirklich ich mag es wirklich es ist hässlich wie die Nacht aber ich mag es also spielerisch ich habe es nicht so glückabend was das spiel auch schon die vorhanden doch schon manches team die festliche gespiele jetzt kommt bestimmt wieder das finde ich wesentlich schöner als das hier und wie war es typisches tanzen glück ding so wie die alle der letzten jahre oder war das der knöpfe ich finde es interessant ist ein dice place story gut aus wir waren spielen also was das anspielen sie werden so viel verspielen ich finde es erst mal interessant ist glaube ich nicht so so ein mega heftiges ding der familien spiel aber spiele ich nehme das war ja und macht da draußen nur drei zwei würfel ja das ist ja ich mir was tatsächlich ein schönes spiel ich mag diesen komiker ein glauben was du hast zum glück aber kein was aber besser als die spiele letzten jahre das ist ja schon ein blauen stein und ich möchte den gerne setzen sagt jetzt die übernahme von locker durch aus modell ja es ist ja irgendwie im ersten moment denkst du immer ah kann nicht sein und du denkst aber eigentlich irgendwie ist es immer so sind nicht überraschend immer ganz oft finde ich so ist es ich fürchte das wird erst mal so weiter gehen aber richtig freundlich mit natürlich nicht drüber ich habe immer ein bisschen schiss dass sie irgendwie die kreativität der spieler darunter leidet dass er eben nicht mehr so knaller kommen bestimmte oder so ich hoffe sie haben freie hand wird ja gesagt sind völlig selbstständig und ich hoffe das einfach wenn ich zum beispiels per games anguckt hatten wir ja klar und jetzt nachher das auch ein super spiel macht auch spaß aber es ist eben so ein knaller wie wie brüssel oder tor ist dann nicht mehr gekommen bei dem laden schade wegen der rest komponente bei newfoundland record soll auch eine haben trotzdem sehr interessant die beiden ja finde ich auch das land ab von asmodi dieses jahr richtig gut war ja das ist schon da sind auch immer gute sachen dabei die auch letztendlich für jeden was so eine aber diese wirklich diese knallharten expertenspiele die sind dann auch wenig vertreten so bin ich dran ich würde liebend gerne dieses schiff hier auslösen und liefere salz zwei diamanten da oben bist du dran zwei an die bank hast du bezahlt was wieder eingesetzt habe ja gut dann löse ich die sechs aus und bekomme ein ein diamanten und ein glauben den glauben löse ich aus noch mal vor allem an mit getreide und möchte gerne zweimal salz haben so dann werde ich mal getreide und conquistador haben wollen dann bist du dran ich möchte gerne ihn hier auslösen für ein für ein holz und eine glaube ja du gehst aber echt abdünnend ich passe auf die conquistadorin liste leiste beziehungsweise ich passe auf die schiff leiste leiste an das conquistadorin schiff los galli ich hoffe gibt es eure whatsapp gruppe noch das werden die mäuse schon geregelt sehr gut perfekt der anderen seite wenn ich als modell wäre ich würde auch locker das übernehmen haben wenn man es von der seite betrachtet ist klar mal schauen was lockert und heidelberg an 2019 bringen denke ich dann kann man was genau sagen ja wahrscheinlich ist es vorher wenig abzusehen das stimmt da genau da ist der hinweis auf die whatsapp gruppe ein wenig größer als locker das würde nicht klappen glaube ich weil dieses text nicht so man wollte schimmer passt das ist normal brettspiele wachsen als markt also kommen die unternehmerischen interessen er kommt ein solider einheitsball ohne experimente das ist das das ist die gefahr mainstream ist langweilig in jeder hinsicht egal wo du hinkommst möchte ich ihn hier auslösen dass ich noch die fragen wo du das der lecture hast da kümmern er sich gleich darum so jetzt muss ich überlegen tp ist hier bringt aber für die ddp in der ort zusammen mit inzwischen bei heidelberg zumindest haben die zeitlang promos versand für also die asmodi zu für für ddp raus ist jetzt aber da bin ich ganz sicher vorher und schwerkraft noch ja das ist der gefühl hat man für fünf also die nummer fünf ich hoffe ich das jetzt richtig macht pd verlag ja die sind immer noch schön alleine das ist gehe ich bleibe ich hier stehen er löse die reihe aus und möchte gerne für einen davon also für einen diamanten ein davon und einen davon und ein holz ein zucker und einen diamanten möchte ich gerne den und den möchte ich gerne hier hinlegen das kostet ach du bist du hast das schiss auslösen gemacht ja ja dann gehe ich vorsicht aber weiß dann doch hier hin dann weiß es ja nicht so dann löse ich die 1 aus und möchte gerne für einen zucker und zwei getreide und bekomme noch ein gold dann möchte ich für drei noch mal ein schuss auslösen für ein gold und dann möchte ich glaube ich jetzt passen zwar passen ich kommt dieser dornleiste kommst du nicht mehr ran ich war gespannt mit der künftige ich habe dir bewusst nicht so intensiv gespielt das sagen dann alle ich wirklich versuche wirklich mehr mit schiffen zu machen aber da kommst du auch gut hinterher ich nehme die zwei taler okay danach muss ich meinen scherp machen wenn man das ja okay ich bekomme jetzt vier taler ja ich bekomme 12 bekomme ich noch ein gold ich bekomme und bekomme 3 ok und dann bekommst du noch mal 50 punkte da umständen ich bin gespannt ich glaube nicht doch doch müsste es doch zehn haben so muss man müssen wir es gibt drei jahre 1 naja es gibt eigentlich so ziemlich das ist total kleinteilig man macht christen verlag auf das ist so ein zeit und know-how faktor irgendwie war aber man soll niemals nie sagen in der whatsapp gruppe schon mal geschrieben ich habe keine bedenken wegen erst mal die es gibt immer kleine verlage und auch immer gute ideen wenn jemand sie nicht umsetzen kann dann macht er eine krex der kampagne ja aber so dieser allgemeine massenmarkt sage ich mal ob der so glücklich damit ist ich weiß nicht vorher sagte jemand was auch hauptsache die spiele sind spiele ok bepreist werden aber das wenn einer wenn die markt macht da irgendwie in zwei drei großen händen ist spricht dann wird es ja nicht dadurch irgendwie großartig wettbewerbe stehen dass die spiele wer darf alles in die whatsapp gruppe jeder der schreibt ja hier muss ich glaube ich zwei teile ausgehen das läuft also weltherrschaft wir arbeiten dran ja marcus meint die monopolstellung von astmodi ist die gefahr ja wobei zum anderen forum wird das auch diskutiert da ging das irgendwie da fragte jemand schon ob das irgendwie schon schon fall ist für die sagt schnell welche behörde ist das kartell amt und da hatte der tüger von pegasus aber darauf geantwortet dass das modell weit 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 entfernt ist davon irgendwas rettung kartell gefährlich zu werden in deutschland also da hat er mehr einblick von daher sind die da wo noch entfernt man ich glaube es fühlt sich so an aber wenn man sieht ist es auch ganz schön heftig und einfach für die frage wie sind drei jahren aussieht victoria pater verlag der name klingt gut ja natürlich auch wir entwickeln die spiele da können ja nur top titel rauskommen stimmt eigentlich schon eigentlich schon bisher war alles umgesetzt was wir uns hier im chat überlegt haben also ich glaube ich kriege dieses ich kriege heute ein drüber also letzte jahr ich kann nicht mehr viel machen glaube ich du fängst ab aber es ist schon ein gutes spiel finde ich wie viel zu sind heute ja nach wie vor viel viel überlegen ja mal wieder auf die nase fällt zum beispiel video spiele ja man weiß es hat nicht ich hatte auch mal recherchiert raumsburg ist auch größer als modell die manche die man ja auch viel über bücher ja ich denke auch kosmos wird noch ist größer als als modell also auf deutschland gesehen aber weltweit weiß ich gar nicht wie das modell da in der reihenfolge ist natürlich der passgruppe materie werden größer sein definitiv aber gibt es weltweit jemand der nur brettspiele macht er so groß ist ja ich glaube nicht das richtig machen dann nicht die gefahrt ist irgendwann schief läuft ja wenn du gerade videos beim markt anspricht hoffe ich nicht dass er ja es ist ja genau das ist ja auch dasselbe der buchbereich der ist nicht zu unterschätzen 3 und aktiviere damit diese reihe und bleibe hier auf denen stehen und bekomme ein holz ein glauben zwei taler und dann hätte ich gerne ein diamanten bitte ich aktiviere die zwei und setzt die damen da drauf bekomme holz und zweimal glaube erst mal neun würfel und dann bekomme ich noch einen neuen gelehrten und den setze ich ein hier dann bist du dran ok dass wir überall kleine unternehmen große unternehmen kaufen kleine ja wahrscheinlich der brettspielmarkt hat auch jahrelang irgendwie ein bisschen so geschlummert das war so ein familiäres ding und kommt jetzt vielleicht auch so einen ganz großen business andere ich weiß es nicht was würde ich nicht mit guten ideen kommt dann werden auch keine spiele gekauft sie verlieren wieder ihren marktanteil ja was passiert dann mit den kleinen verlagen den kleinen studios die mache hier draußen mit zwei sind die dann weg oder sind die dann ja ich weiß es nicht ich bekomme ich jetzt ein konkurrenter ich bleibe hier stehen und bekomme noch ein getreide ok direkt mal hier meinen dreier einsetzen und bekäme einmal zucker einmal getreide und einmal conquistador und dann setze ich den hier drauf und bist du dran für zwei holz und ein getreide ich habe gehört dass das interesse von asmodee akquisen sein könnte dass von asmodee akquisen sein könnte dass als moderner interessanter kandidat für eine übernahme selbst für zum beispiel die kastro ja das ist natürlich auch strategie kann strategie sein unterschied ist in der wachstumsrate aus wo die hatte schlanke 36 prozent natürlich nicht organisch aber das stört ja die investoren nicht ja mehr finden wir dann auch zur ausmodee ja das unterstützt aber auch kleine entwickler und fördert sie natürlich immer mit einem profit gedanken aber das wird keine arbeitgeber aber es wird kein arbeitgeber denken wenn ich an seinen gewinnen gibt kann arbeitgeber geben wenn ich an seinen gewinnen geben sie wird nicht geben ist ja so ein bisschen schlecht gut geht es ja gut okay ich mache mit dem chat zu ende haben das programm auch puzzle das hat auch nicht jeder verlagung das mit dem stift für die kleinen kids tipptoy tipptoy ist riesig groß glaube ich glaube ich also ich sehe was bei unserer arbeit daran liegt der tipptoy ist dann glaube ich schon und sie haben diese ganzen disney lizenzen und so natürlich das darf man nicht vergessen für die jungen hast von dir glaube ich nicht zum angebot oder bin ich auch völlig überfragt gerade aber ich glaube so richtig klassisch für die wirklich kleinen vorschulbereitungen von dir bin ich sehr enttäuscht sagen das sind die ganze neu auflage okay immer weiter und würde gerne einholz haben finde ich und du bist dran ich aktiviere für einen diesen hier für ein holz und für ein glauben ich kaufe für zwei holz und ein getreide warte mal ist das pro also das jetzt wenn jetzt 246 zwei punkte pro schiff das ist 246 und das hier ist ein punkt pro kolonist der angeschlossen pro kolonist ja an die blauen 1 2 3 4 5 das modell kann seine kleinen labels einstaffeln aber die kreativen leute doch nicht im gegensatz zu den meisten anderen branchen kannst du im bratspielbereich hatten mit nur ein paar leuten wenig geld ein hinten machen so dass man bei filmen ja gut klar das stimmt natürlich aber man muss natürlich erstmal wieder auf die beine kommen und so die auflage von 2015 so ne die kenne ich gar nicht musst du hast 2015 in der auflage und zum city die ist nichts ist nicht gut kuschelt es gar nicht mit dem mikro nee die ist hier vorhin kurz hier längs jetzt nicht mehr nee jetzt nicht mehr city skylands ist das bessere city skylands ich kaufe mir für zwei holz und ein getreide dieses hatte ich mir ausgeguckt das möchte ich das ist immer noch angeschlossen ja gut dann möchte ich gerne den vierer würfel ich bekomme ein getreide und zwei conquistadoren und ich bekomme noch ein gold ich hätte ein gold ja ich bekomme noch mal ein conquistadoren und getreide dann bist du dran ich verkaufe ein gold und ein diamanten für vier also wie gesagt t-shirts ganz kurz elli muss das gleiche das erstmal für airbag airbag wollte mit dem delik das delik t-shirt r2d2 i know him from star wars star trek ich glaube da musst du floppy fragen ich glaube das ist aus dem das war ein deutscher shop kannst du uns eine e mail geh auf unsere homepage schick uns mal eine e mail und dann sucht ihn oder suchen wir den link noch mal raus was das gab und hoffen dass wir hoffen wir finden den versuchen alles das war ein deutscher shop da gab es auch dieses walking der t-shirt hier mit den red shirts gute frage fragt mich nicht und mb fragt wo das t-shirt her ist mit dem pin als gut das ist aus amerika von auch da bitte eine e mail wir kümmern uns und dann regeln wir das wir kümmern uns drum laufe der woche geben wir laut macht mir da ich mache mir da bei dem asmodi thema keine sorgen wenn das heißt dass mir geld und für größere druckauflagen und zur umsetzung mehr spiele da ist das mir das recht so auf kredit kursiert vor paar tagen auf reddit kursiert vor paar tagen war das mail fair ohne übernahme dicht mehr hätte machen können müssen finanziell soll es bei denen nicht so gut gelaufen naja gut okay das ist natürlich die andere weite may fair ist natürlich schön mit solche alte eingesessenen verlage irgendwie aber noch da sind für ein so wie er lenke sich bei simon aus oder wieder dass der dabei gegriffen könnte also die auch irgendwann rettung vertragen im jahr also ich habe jetzt vereinten fünfer und sechser draus gemacht und würde den glaube ich aus getreide stellen und bekomme ein holz ein getreide ein diamanten und ein glauben ja möchte ich den jetzt anfall und jetzt mal ein beispiel kant wurde schreibt marcel noch wenn die spiele durch deutlich teurer ja klar das ist so die spiele werden nicht günstiger hat durch durch diese ballung das so für das city skyline auf der ps4 innen nicht gehen recht dran gut dann würde ich die 1 in gang bringen bekäme das shifting abgedeckt bekäme noch ein diamanten und könnte eine auslieferung machen und würde gerne ausliefern denkt daran die diamanten christus zum schluss ja den habe die kenne nicht liefern die kenne nicht liefern da hast du völlig recht ich will nur kurz was gucken ich kaufe vor dass beide goldteile hier für vier und gebe dann direkt das wieder aus und mache da kopf natürlich noch ein holz und dann liefere ich holz und zucker aus ich verkaufe an diamanten das 3 aktiviere die 1 mache eine lieferung und zwar für einen diamanten und für ein holz hätte ich gerne den lachenden und bekomme künstler und leistern hoch und einen neuen diamanten bitte danke danke das die 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 Ich lasse es jetzt nicht aufteilen. Ich lasse es besser planen. Ich verkaufe auch einen Diamanten, bekomme dafür 3R2 und dann gebe ich wieder 3 aus für Holz und Getreide. Doch, Getreide liefere ich hier hin. Hast du auch zwei Schiffe? Ach so, das sollte ich noch markieren. Gut. Für 2. Aktiviere ich den Glauben. Wir gehen den Chat gleich mal durch. Jetzt müssen wir hier Endphase machen. Und ich würde hier noch einen hoch geben. Ich bezahle noch mal 2 und aktiviere auch den hier. Ach, gar nicht wahr. Das ist ja auch noch. Entschuldigung, ich glaube, da habe ich abgegeben. Das weiß ich. Ich muss noch 4. 4 Siegpunkte abgeben. Okay, dann bin ich dran. Dann passe ich auf den Conquestator. So. Gut. Du hast jetzt da 3, oder? Mhm. noch mal drauf. Gut, dann aktiviere ich die 5 und für ein Gold und ein Zucker Aktiviere für 3, für ein Gold, schwarz, und für ein Holz. Jetzt ist es ein bisschen beliebig hier und dass du guckst irgendwie, dass die Schiffe irgendwie deinem Ressourcenlager passen, guck mal, das ist natürlich jetzt geschenkt. Für 4 verkaufe ich die. 1 2 0 0 2 möchte aber nicht das schiff auslösen sondern den conquistador bekommen noch ein gold jetzt passe jetzt passe ich da im holz wo es eigentlich da ist das ist also das ist das was dran was gemacht glaube ich tatsächlich ja muss ich den konkurs hat und wenn wir hätten wir gleich stand und dann wärst du wer der 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 unten drunter liegt und das wäre ich und das ist nicht gut ich glaube ich glaube ich glaube das war es ich passe und das ist ein geschenk dir ja ich ja ich muss wegen wegen der leiste auch noch den hier anlegen holz ok ja dann lass mal schnell abbrechen so ich glaube tatsächlich das was du jetzt versagt ist bei zwei leuten ist es wieder lahmes rennen ich glaube da ist was dran wenn du das und brauchst diese leiste zu spielen kann sich darauf erzählen ich habe die ersten habe die älter sagt gelassen erstens ja du wirst deutlich vorliegen ja ich habe hier nicht viele punkte liegen ich habe einen dadurch dass ich da auch bezahlt habe 3 ok ich kriege jetzt doch mal das sind jetzt noch mal sechs so das sind jetzt noch mal sechs und jetzt machen wir im kurs noch die abrechnung 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 und dadurch noch ein da drauf und den setze ich hier rein für zwei geld darfst du das darfst du hast doch wären weil du hast doch gepasst ich kriege doch noch schritte alles klar so vier und das macht ein ok als verkaufen also alles verkaufen alles an jede ressource einen punkt oder wie war das das können wir das 1 1 1 cent eine münze die die alle kleinen ressourcen für einen großen für zwei und dann gibt es für jeweils drei das worsen gibt es für die akne geld kriegt man entschuldigung siegpunkte 3 bekomme ich zwei und dafür bekomme ich noch mal vier zwei punkte sind bei mir auch zwei punkte so dann gibt es punkte für komisten fertige leisten das sind bei mir zwei nicht so viel gereicht kolonisten für fertige leisten 12 12 die können wir jetzt abnehmen das ist ja glaube ich egal das geld hier drauf kann die schieben hier aufschneiden das kenne ich auf den chat gucke ich mir das ist interessant da finde ich da muss ich auf jeden fall gleich zu den spieler morgen ja ich konnte es jetzt in der endphase gar nicht so die müssen hier genau weg weiter geht's dann werden die schiffung gedreht ich schiebe das jetzt mal so ein bisschen hier rüber kriege ich 8 10 11 13 16 17 und dann noch mal eine collection habe ich nicht eine set collection du auch nicht äh quatsch die längste leiste kriege ich nochmal 6 und du kriegst 8 ja mach doch jetzt erstmal komplett deins ok ich glaube das ist besser 8 und dann gibt es hier nochmal angrenzende kolonisten sind 1 2 3 4 5 6 ich glaube du musst alles ein bisschen höher machen denke ich ich glaube dann war ansatz hier ist noch punkte da kriege ich noch drei das wäre es gewesen macht 33 35 37 dafür hast du dir auch punkte gegeben ja das sind 20 punkte weniger als beim letzten spielen habe ich die leiste nicht ich glaube ich jede leiste gewonnen ich mache schon mal koppel 37 ich trage das mit dem einen ich warte auf dich weil ich würde das gerne mit dir zusammen machen ja ok so dann geht es hier weiter ich habe hier 485 13 17 18 19 19 24 27 23 30 30 30 30 so 25 also wir sind hier nicht drin so blau blau an rot am blau habe ich einmal das hier und das hier sind vier punkte sind vier punkte ich in zehner gibt sechs wieder ab längste schiff ist bei mir die reihe 246 18 und dann pro kolonisten an der blauen stadt 1 2 3 4 5 wieder ab so das war's jetzt habe ich 30 40 50 60 30 40 50 60 3 6 9 70 73 danke ja nicht schlecht nicht schlecht das natürlich nicht nur die leiste das klar das nicht nur die leiste was hast du denn zu zweit also jetzt am zweiten spiel zu zweit ja ich kann jetzt dazu zu sagen weil für mich ist es gelaufen also ist gut gelaufen ja ich hatte jetzt nicht so eine muße die hinterher zu laufen ja wie beim letzten mal beim letzten mal hatte ich stand ich unter stress er muss hinterher hinterher ich muss da irgendwie hinterher kommen das müsstest du jetzt sagen wie du es empfunden hast für mich war klar nachdem ich die erste runde da habe ich mich nicht mehr darum gekümmert ich habe erst gegen ende der zweiten runde angefangen mich um die conquistadoren zu kümmern dann habe ich es hier versucht so dass das gegessen war aber für mich war das spiel eigentlich schon zur hälfte gegessen zur hälfte des spielsack durch da war ich mir eigentlich relativ sicher dass das gegessen ist und ich fand die schiffe heute das ist ein extremer glücksfaktor in dem spiel was dafür schiffe kommen wollen als letztes schiff der bringt sich auf der conquistadoren leiste weiter der bringt ihr zwei punkte da der bringt ihr punkte für die schiffe der bringt ihr eventuell set collection und ist ein dämliches stück holz am ende des spiels das ist ein faktor das weiß ich nicht ob das so prall ist irgendwie in dem spiel dieses dass die dinger so zufällig aufgedeckt werden weiß ich nicht also du kommst doch hin und her schieben also du hast du hattest alle alle wieder habe ich mich ich meine dass so was hier aufgedeckt wird am ende des spiels wo es darum geht wir auf der kohlen listen als noch mal vorne geht das haben wir so einfach so den dingen wie ich wohl auch nur holz hin liefern muss das ist ein enormer glücksfaktor was in welchem hafen wann liegt kann sich beeinflussen ist ja keine chance wieso spaß ich hätte auch die zwei getreide nehmen können und einen taler bezahlen können und wir genauso da wo ja mit der fähigkeit mit der fähigkeit aber trotzdem diese fähigkeit gibt es ja nicht jedes mal im spiel ich glaube ich finde diese diese zufälligen hafenplättchen ich weiß nicht ob diese doll sind also ich habe aber eine ähnliche meinung zum zweier spiel wie du beim letzten mal man hängt dann unter druck bis unter druck das ist es wird irgendwie zu einem rennen und das wird irgendwie unschön ich glaube also zu dritt fand ich wesentlich besser zu zweit weiß ich nicht glückwunsch elli glückwunsch elli ja dankeschön glückwunsch elli jetzt kommen wir mal den chat hier durch ja haben wir uns ja was machen wir noch mal zu dritt auf den tisch kriegen so gab es auch viel getan hier mache ich gleich er wird länger als hätte uns das spiel was ich kenne etwas minions wenn sie genug spiele im programm haben dann dem man nicht vorbei kann können sie mit geld nehmen können sie mehr geld nehmen mich für das mindestens für das gebotene sehr fair bepreist das stimmt möchte das teuerste was du kennst hast du gesagt da gibt es viel teurer dass wir mal kriegst du draußen vor dass die simon sachen spielen auch im retail in der gleichen liga ja das stimmt also im kickstart hast du noch wesentlich christian und wesentlich mehr dazu dass gleich bin ich mal was essen die ganzen fans die spiele gehen doch bei 90 euro derzeit los wenn sie vielleicht 90 euro die großen aber was haben welche gehen zu der station vor haben sie jetzt alle gekommen sind sie sind ja wesentlich günstiger patrick ist gerade wahrscheinlich das ist aber schon dabei dass ich kenne das gloomhaven ja ich glaube 2 empfehlung 4 vielleicht noch drüber wargames film fallen mir noch ein die auch weil ich teuer da gibt es auch den kann es auch mal noch 180 euro lassen auf der tag und snowfall den müssen immer grün sind es natürlich sagt das also da geht es noch mal wieder ums geile hat sie dies gar nicht wie kauft den lcg her gut da bist du auch gut geld wo ganz im port gehen auch gerne über 100 ja stimmt wir haben was also die pegasus da werden viele spiele durch hohe druckauflagen billiger und siehe schwerkraft da sind durch kleine druckauflagen spiele mit genauso viel inhalt teurer da gibt es auch ein paar 200 euro plus neben astmo die treibt auch kickstarter gefällt die preise die das finde ich auch vor allem aber gefühlt so das ist dieses man guckt so bei ganz viel spiel hat denkt man dann 50 euro das nicht und wird sofort gebackt weil man denke sehr echten billiger kickstarter sogar mit magic sind schnäppchen bis jetzt oder was ich bei mir in der gegend gesehen habe und außerdem bin ich noch recht neu was das spiel angeht schwerkraft ist auch keine eigene entwicklung das klingt böse ist aber so letztlich nur eine spiele schmiede von vor allem für die magic games ja lizenziert geckseller desensibilisiert 300 euro für ein spiel was soll es genau oder part habe ich auch gesehen das toppt alles party ist teuer da zahlst du die lizenz auf jeden fall mit als schwerkraft nicht wäre hätten wir alle hätten wir alle kein terraforming maß auf deutsch oder räuber der nordsee oder valeria oder 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 vielen verlangen ist der aufwand mit den karten übersetzungen zu hoch ja leider noch nie sind also finde ich für spiele also es sind schon sachen ob sie jetzt nicht vielleicht doch woanders gekommen wären weiß ich nicht aber er hat irgendwie ein händchen für spiele finde ich kassen das definitiv so die excel hat mich versaut da gucke ich online ob ich noch ein 10 prozent gut schon auf talia einlöse für zwei pegasus spiele für 30 euro und zehn minuten später beck ich ohne zu zocken 100 dollar ohne das spiel zu kennen ja da bist du nicht alleine marcel ne der frau maß wird mit sicher auf deutsch gekommen auch über der nordsee war wo pegasus schon dran habe ich irgendwo gelesen balea kann sein da könnte ich auch in englisch leben schwerkraft war schneller bei dem erfolg hätten andere verlage zugeschlagen ja das ist richtig auch bei der auflage und der ausstattung hätte man venus next durchaus günstiger verkaufen können aber eben auch nicht müssen vielleicht armer student ich kann da nicht mit ziehen wenn die verlage nach oben gehen und die ganze kickstarter dinge aber 120 tappen starten ja das ist doch so 100 ist ja das gibt es ein standard 100 inzwischen bei bei kickstarter oder auch ein standard 120 im moment das hier kann ich mich bei kickstarter zurückhalten auch nicht habe ich vor zwei jahren auch noch gesagt bin glaubt 166 euro 5 15 euro für hellers ist ja nicht nur der preis und auch etwas eigensinnige vertrieb von schwerkraft die verkaufen quasi nur kleinstmengen und einzelnen leben sonst machen sie direkt vertrieb rufen schon an wenn ich was nicht weg die mäuse ist im freien von kümmern gefördert gebe ich gern 150 euro aus nur ein spiel in englisch und dazu kein plan wie sie sind mit geld zu schaden hellers kostet mittlerweile 20 tage gibt es da ab und an zwei vollwürdige pikarspiele für stimmt fragt mich der immer wer daran noch verdient die autoren wohl nicht so viel fragt mich aber auch wie der mensch von schwerkraft von vor terraform im mars im nordsee von seinem business leben konnte ja stimmt vorher war das ja alles eher so autoren bekommen für ihre spiele eh kaum was das stimmt und schwerkraft hat von mir glaube ich nicht wahrscheinlich nicht ich auch nicht sein grundlegendes problem wäre mal interessant zu wissen wie teuer spiele sein müssen damit alle gut davon leben können das wäre interessant ja das fände ich auch spannend bitte das her lässt sich sehr lässt sich von igel sehr gut bezahlen das ist auch der grund warum er da so fest drin ist das würdest du dann nicht mehr bezahlen wollen die spiele die damit alle leben können davon wahrscheinlich nicht ne spielkraft zeit den autoren wahrscheinlich gar nicht sie vertreiben spiele auf lizenzbasis von vermutung keine ahnung ja ich kenne bitte persönlich glaubt mir sehr gut ist was anderes aber besser als bei anderen verlagen eventuell ja wie viele autoren wollen können müssen denn davon leben dass sich die 80 prozent fans und das sind 80 das sind fans in der listen da kommen wir schon in die glückwunsch elli region die erste graviert haben gibt schon einige menschen die von brett spielen leben muss ja nicht jeder autor gleich auch tun guck mal den print bereich welche auto da von seinen büchern alleine lebt im vergleich sauber elli herzlichen glückwunsch habe ich euch schon vorgelesen zum beispiel von fachbüchern kann kein autor leben nein kann auch nicht für mich wäre es nicht stunden um stunden entwickeln und testen nur dann ein spiel mit einem namen im laden steht du vergisst das klinkenputzen meinen verlagen ja das kommt noch dazu am ende breit das lager das schiff kommt später und die geeks heulen noch rum ja genau dann nimmt der verlag dein spiel und verändert daran noch kräftig was so dass du es fast nicht wiedererkennt ja das gibt es ja auch noch mal auch so ein grott warum vital war egel games ist gegen das monster base game die lassen die machen könnte imbisswagen kostet 25 euro die mini expansion 5 dennoch der zwingende versand keine versandfreigrenze nach 30 35 euro für imbisswagen ja wenn wir dann auch die erweiterung auf deutsch alle erst die frage das ist die frage das ist ja schon viele spiele erschienen werden die erweiterung nicht gekommen sind das haben wir jetzt auf schlag 2 ein wo es mich auch wirklich stört die expansion zu einem spiel des jahres kandidat sehr wahrscheinlich sind ja beide zugleich gekommen ja okay vor dem hintergrund ja denke ja sie wohl vor der galaxy naja gut aber was ist belfort was ist mit wie es dieses dieses dieser dieser zeit deck bilder da kann man domain ich weiß nicht wie heißt aber da gab es auch erweiterung das spiel deutlich verbessern die gab es auch nicht auf deutsch kraft man auch nicht alle erweiterung auf deutsch der hat auch für innovation innovation dort kommt nichts mehr jetzt ist gegessen habe ich auch ein rolle wie sind euer eindruck von santa maria preisdiskussion rein also überhaupt total spannend finde ich auch sind echt alles so themen bloß jetzt eminent domains da gab es ja auch einiges an erweiterungen zu wenig gekommen sind auf deutsch euer santa maria eindruck der würde mich interessieren ich finde es grafisch ja aber okay kann man kann man drüber weggucken ist es nichts was mich beim spielen irgendwie stört oder so das ist die insel die aus träumen geboren nichts das ist die ansprich dachte ich mir ja ich mag das spiel grundsätzlich kann ich ganz gerne sage ich mal so also ja ich weiß bloß wirklich es macht spaß es ist wie gesagt auch grübel lastig man muss hier muss ja schon gucken und machen gerade nicht ohne das ist was auch hier liegt und dass das auch alles so ein bisschen passt und seitdem wir jetzt mehrmals zu zweit gespielt haben bin ich immer unsicher ob zwei so toll ist ja ich denke auch also ich hätte das hier auch gerne ein bisschen gestückelt ja also dass da noch so ein paar pünktchen abfallen santa maria schön wie ein erwachender morgen sagten wir gucken gut ich glaube es kommt jetzt auch mal ich drücke die daumen kann man irgendwie nicht ernsthaft reden glaube ich das kennen die auch wirklich negativ vorbelastet dieser titel dann weiß ich kann video war eine regelstellung dabei ja auch nicht meins von der ersten minute kein interesse weiß nicht warum ich bin sie auf ein spät zünder vielleicht mag ich sind aufgefallen brettballett verstopfte grüße hallo dann sage ich schon mal jetzt gute besserung ich bin einigermaßen durch gott sei dank santa maria polarisiert nicht so sehr es hat ein nettes euro aber das reicht nicht um absolut zu begeistern glaube ich ja das ist ja das ist ja das ist kaputt ja nettes euro trifft also ich finde es vielleicht sogar ein kleines bisschen besser ist nett aber eben auch kein oberhammer dann ist dann ist immer die frage gerade mal so oft machst du machst die fragen irgendwie ab wann behält man ein spiel ab welcher qualität stufe als subjektiv aber nette spiele ist in dem sinne kein platz da ja das ist das das problem ist eben halt dass das zu zweit irgendwie nicht nicht so zündet weil das irgendeiner immer der 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 irgendwie hinterher hinkt ja aber der auch gewaltig abstehen das hat man bisher jedes mal abwärts den fehler ich weiß es nicht nur abwärts ein großes spiel fehler ich weiß was ja nicht auch um das ist santa maria bin ich auch total unsicher an der messe immer dran vorbeigelaufen ist teilweise sehr gehalten ist aber irgendwie hässlich dass ich finde ich auch dass ich wie die nacht finde ich das spiel also das ist ich finde das ist jetzt immer nichts was mich so sehr abschreckt beim spielen aber grafisch wie ich das spiel auch das ist objektiv spiel im haushalt dieses andere 50 spieler hat ja natürlich hat beziehungsweise haben kann ja natürlich das ist immer ein unterschied das ist immer ein unterschied wo sieht man selbst die grenze die grenze sind sparsport für die nächsten vier teile ja das hat ein spiel noch ein tisch die bessere stelle war ja das recht einfach ja das stimmt zusammen eine große naja das ist auf jeden fall nicht das letzte mal maria finde ich weil richtig doof bin ich ja auch nicht also es hat schon eine menge so gute elemente 0 0 ist aber schön neu zusammengemischt so macht es das rumfusseln ich mache das auch wie gesagt man muss gucken man muss gucken dass man seine wir sind spaß machen elemente ja ja klar wahrscheinlich wird es kommt ein trend ist ja immer schwer also ich bin ja schon konsequenter geworden als vor ein paar jahren aber es ist noch kein kandidat die ich sagen würde genau was ich noch mal nicht mehr das hat jemand mich hat mal jemand hier aus dem chat angesprochen und das war auch der erste das getan und ich glaube dann auch über facebook eine message geschickt wenn ich meinen merlin loswerden möchte dann sollte ich an ihn denken ich finde diese message nicht wieder also wenn er jetzt vielleicht zuguckt oder so weil ich möchte meinen merlin loswerden und das ist auch das kann ich vollpreis gekauft habe auch das erste queenie dabei wie gesagt wenn derjenige sich da noch mal meldet hier geht es im rising sun da muss ich noch mal gucken das kann man ist so genial dann das material geht einfach nicht ja es sieht nicht so schön aus aber da freut mich auch auf das spiel das hat dann wie immer so ein vertrauensvorsprung war schon gar nicht oft in die regeln wieder weiß ich wie möchte es immer spielen wenn es rauskommt ich bin auch dran mir noch eins zuzulegen ich ärgere mich hier ich habe mich noch nie geärgert irgendwas nicht gebackt zu haben ich mache mal ein nix erst anhatten lesen dann noch zwei bis drei videos schauen ob man es richtig verstanden hat bei mb 7,5 mit tendenz nach oben ja mich hat schon sehr also ich fand schon sehr bei mir war es so richtig 8 schon 8 bis 8,5 5g material also ich war schon echt begeistert von dem spiel wie chris mit rising sun will es mir jetzt mit rise to nobility gehen da habe ich den fixe da passen ärgert mich jetzt total ja ich glaube auch das wird auch ein schönes spiel da freue ich mich auch drauf das kriegen wir dann ja hoffentlich wenn es dann ausgeliefert ist wenn die mäuse ist das nächste mal wieder hier sind wir freuen uns aber noch viel mehr dass die mäuses wieder kommen als auf ich hoffe wir kriegen das trotzdem wenn abends immer noch mal ein spiel zu spielen bevor wir dann immer auf die spieletage fahren damit er die auch was davon hat ne 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 die sind zitaten davon leben ja da freuen wir uns drauf ein hat ja hallo früher für den laden kreis und elli brettspieler import spiele cosims also das was wir also dass wir immer noch spielen aber da im laden hat auch dann auch kinderspiele und familien spiele aber ja das wurde nicht so richtig abgenommen dass wir sowas auch haben ich brauche noch schädchen zwei stück bitte danke christian bringen wir auch direkt und vorwesten von alles klappt ja ja genau und wir spielen wir haben schon eine runde was die bildet die wir können nicht bis fünf Uhr morgens spielen es sei denn wir machen dadurch und fand die hat nach bremen aber es wird auch hart glaube ich diese stand eigentlich bei namens es konnte sich zum becken überzeugen das kann abdruck kriegen wir muss haben doch habe ich nicht genommen also nicht bemerkt ich habe noch mal kriegen für 230 und dann aber thomas macht gut ja bis reinkommen das klappt da gab es auch monat aber es kostet eigentlich so eine karte viel spiel im essen mit dem her als fünf euro bieten als floppy übrigens chris sagt das muss für heute nacht noch bestellt wer das ist nicht gut hat auch das ist also wenn du wenn du wörter fest und magst du sagst du möchtest lieber ein bisschen bisschen leichtere kost von von dem herr rosenberg als das gewohnte dann ist das dauerkartig viele messe circa 30 euro und ich glaube auch 30 13 euro tageskarte ist auch meinig besser informiert als ich woran sieht man dann sieht man eigentlich dass das die a seiten wir haben irgendwie so zeichen das sind die profi seiten so otis würde ich auch so ein bisschen richtung keller spiel auch jetzt kein experten spiel doch nicht so wahnsinnig lange zumindest um die erste partie nicht das könnte auch richtig toll werden die vorgänger von dem es ist das wort man dort ja es ging nicht anders ich hatte gesagt im januar für nichts gebackt also habe ich am 6 februar dann die werden zufällig verteilt wir bauen einfach mal auf und dann erzählen was dazu ich weiß jetzt nicht mehr wie das ja ich will wenn du den es nicht verriebe gehen ich will mich auf die hohen die hohen ich will mich auch nicht ich will mich nicht verriebe ich will mich jetzt dein , wir können mich über die hohen stehe du siehst du siehst hat ja auch ganz schick gemacht und vertiefungen und so das brett jetzt noch plan liegen würde das toll aber so die müssen ich nehme jetzt aber von unten runter nicht drauf ich möchte ich vor noch einmal ja das habe ich ausgelassen aber inzwischen denkt man könnte man eigentlich spielen essen eigentlich auch eher nichts wegen der lautstärke aus dem triff und viele leute keine zeit zum spielen die zeit zum spiel habe ich auch nie wir können nicht mehr laufen dann spielen wir sogar fanny fahren bin essen im eclair wäre am samstags für entspannter echt wo machst du denn meistens gerade zu tisch gesehen da kommt otis gut weg fand es am anfang klasse jetzt habe ich es verkauft da mir ein euro gegen viele sachen damit für ein euro gegen viele sachen zu unplanbar waren was hast du denn da jetzt so extrem unplanbar ich über dich gerade außer die ausgangstellung ja wenn sich das hier dann irgendwann tauscht unvorhersehbar und das hat er muss man ja auch wieder umstellen das ist ja wieder was andere machen müssen das machen müssen das an was das ist eine aktion die andere machen ja ja aber das ist ja auch unplanbar weiß ja nicht wann wann der andere das macht ja okay das stimmt das hat mich hier auch schon ein paar mal aus der bahn geworfen so nein ich wollte doch die vier und ja freue mich auf die kinder auf dem bericht vom spiel war ich bin das jetzt einfach so wie ich gemischt habe und jetzt nach oben von oben nach unten das kenne ich schreibt brettballett bin dieses jahr um 9 Uhr drin gewesen dann hat man erst im schwung geholt spiele die menge unterschätzt ende von die taxi zum parkplatz ja ich war so oft am auto dieses jahr das gibt's gar nicht und das muss man ich finde otis muss man irgendwie was es ist an 30 minuten spiel ja 30 bis 60 würde ich sagen also es ist es ist ein sehr schnelles ziemlich einfaches spiel das aber genügend bietet finde ich einfach deswegen leben wir p5 genau weil ich mal die rede von einem crisis reprint habe ich das dann in top 25 es wurde immer mal geregelt wir sind es wurde auch über eine erweiterung diskutiert dass der auto da immer noch oder die autoren immer noch dran sind da irgendwie die ideen zu sammeln und ich hoffe ja mal dass irgendwann dann irgendwie alles über kickstarter dass dann irgendwann die erweiterung zumindest irgendwie als kickstarter kommen zugedessen dann vielleicht irgendwie die neu auflage der basis spiels kommt oder so bei kickstarter neukommen ja aber alles kriegst das ist ja okay du kommst du mal nicht aus bremen mb unser spielgruppe erzielt jemand von jemandem den erkennt ich meine kam auch aus bremen also der kommt aus bremen hatte irgendwie ist bei aras immer erklären ich glaube das war's und plan war gleichzeitig relevant du kannst dich langfristig planen die taucher die langfristig plan kannst du nicht das ist eher so ein taktik ding du musst so irgendwie wichtig dich immer wieder darauf einstellen das machen was du gerade vor dir hast das stimmt langfristige planung halte ich auch nicht für möglich die plättchen auf dem allgemeinen tableau durch das x die kleinen plättchen ja gut das x ja das ist das x schiebt ja da hinten für ein euro game für die kurzfristige plan war halt nicht gut aber es ist ja nur kurzfristiges euro game sag ich mal dann fehlt das immer okay wenn ich jetzt drei stunden sitze und habe wenig einfluss auf das spiel geschehen so dann bin ich genervt hier finde ich das völlig okay von der länge her aber letztendlich klar ist es gut weggekommen aber es war auch unser erstes spiel das ist das zweite spiel schauen wir mal wie sich das alles entwickelt das ist ja alles noch ich das nächste jahr weiß ich das auch mit pfurt aber parkplatz 137 bleibt frei wer hat es gesagt schatz die mäusels aber die mäusels brauchen die mittel gar nicht 137 dieses jahr nächstes jahr wenn wir zusammenfahren die karten hier zeigen wir gleich noch mal diese karten werden eigentlich hier oben hingelegt hallo aber das ist mir zu weit weg und deswegen legen weil ich hier und ja gewohnt ich frage ihn mal kai kennst du kai und ich glaube ich kann auch welche auf die hand aber das weiß ich jetzt nicht genau das hat so ein tolles kann das spiel dafür recht und spaktakulär aus da finde ich auch als spiel auch von den mechaniken deutlich hübscher ja und etwas anders und gesagt mehr worker placement wenn das hier ist ja ja jetzt ich habe es ja tatsächlich bisher nur dieses tauschen drehen sammeln die ressourcen sammeln und die wieder dann eintauschen und das habe ich dann und bei uns beide völlig unabhängig voneinander so auch wir freuen uns auch schon endlich auf deutsch ja da bin ich auch mal gespannt drauf auch noch nicht gespielt auch die meinung waren ja auch geteilt dann nach dem kickstarter so zufällig gezogen so gleichmäßig ach so zufällig gezogen das wusste ich ja wie werden die zufällig gezogen ja ist noch schlecht wie du hast du den beutel da ja war da sind ja die dinger drin ja stimmt jetzt war was glaube ich einfach so irgendwie machen das so jetzt sind zufällige ich mir mache nicht so und ich schmeiße jedes mal raus ja okay das dann lege ich immer den nach der fehlt grün liegst den nach der fehlt die hand ach so ich glaube auch nur drei muss ich kurz noch mal grün gucken doch vier grün war das blau diese gibt es nicht ich habe auch schon knapp verloren obwohl ich gut gespielt habe und dann andere in der letzten hunde ein plättchen getauscht hat und einen auftrag geschnappt hat ja natürlich natürlich ist das das ist frustrierend ja das stimmt outliff ist gut aber die regeln sind französisch bei outliff was sprachneutral ist kann ich glaube ich nicht das ist einer von den spieletage leuten ne spieletage hat nichts zu tun gibt es auch auf englisch und sehr sehr gutes deutsch spreng die übersetzung auf deutsch auf volklinik ok wir sind taucher welt 2000 noch was überflutet wir leben auf so enklaven wir leben auf der eklage otis und schicken unsere taucher und andere experten los um unter wasser relikte einzusammeln aus der grauen vorzeit aus unserer zeit praktisch aus diesen relikten bauen wir uns dann wieder unsere kultur auf sozusagen das ist schön illustriert das spiel total schick das hier finde ich auch einigermaßen thematisch dass mit diesen relikte die man da so zusammensucht und so das ist jetzt irgendwie letztendlich auch ressourcen tauschen aber das ist schon dann finde ich den mechanismus mag ich auf alle fälle wobei das was was der reverend sagte kann ich voll nachvollziehen auf jeden fall da muss man einfach sehen nach mehreren spielen und twitter vergesse ich immer sollte übernehmen so gesagt ich soll das nicht so wenn jemand dran ist kann er nichts plötchen wo ist wenn man nichts plötchen das weiß ich nicht alles so müsste eigentlich also ich bei mir war so eine tüte drin es gibt vier sorten ressourcen und diese ressourcen kann man und welche unterschiedlichen kombinationen in artefakte wieder umtauschen dafür gibt es dann siegpunkte gewonnen hat er das erste 18 siegpunkte sind die ressourcen nicht artefakte die ressourcen sind das das sind die auftragskarten praktischer jobs oder wie auch immer das was man da hochzieht 18 punkte ist schluss es kann schnell gehen und dann wird die runde noch zu ende gespielt und dann ist es ende ja das ist leider bei mir immer so ein handicap das hatte ich bei zig partien bei 50 first state ganz ganz oft ich baue und mache hier ganz gemütlich und versuche hier so eine kleine engine aufzubauen und sammeln und dann ist chris da meistens schon über 20 und ich bin da irgendwo bei 9 und ja ich muss solche spiele schneller spielen da habe ich aber irgendwie vergesse ich doch es sind außer mir keine nordlichter dann ist mittwoch wieder hier schauen wir mal also wenn man dran ist kann man oder sollte man eines seiner ebenen plättchen hier wählen die habe ich 12345 und x ebene 12345 ist zuständig für die jeweilige ebene des tauchers und das ist experten der gerade auch in dieser ebene ist das heißt ich würde das erstmal bis hier schieben bis zum ende meiner schleuse praktisch genau die meuse ist feuer die daumen machen das ist gut sehr gut bis zur höhe meiner schleuse und bekomme dann die fähigkeit und was ganz fieselig ist man kann die aktifakte um das einzutauschen müssen die alle in einer schleuse sein also zum beispiel die hier zweimal grün einmal blau das heißt ich müsste jetzt hier zwei grüne drin haben und den blauen oder hier noch die zwei grünen oder hier zwei grüne unten blauer und kann das auch nur eintauschen wenn ich die schleuse aktiviert habe das kommt auch noch mal erschwerend dazu also muss da schon gucken und planen es ist fieselig grund hat gerade laut auf hellers gekauft riesiges loch in die geldbottel gerissen unvernunft druck 10 er steigert ok ja aber bringt es mal im november mit das spiel das gerne das liebe die unvernunft genau zusammenstellung zum normalen kickstarter preis noch offenbar der spiel auf die plätschmann schon wieder aufgemacht gott sei dank ist dann ja so spielsüchtig fähig wer hat das gesagt ja markus ja genau treff mal was spiel nee da hast du was so wenn man dran ist nee da ist ein glas auf spatzel genau steht da auch eins ich nicht Das ist so cool, oder? Das ist so cool, oder? Halt los! Das sollte auch mal eine Woche zu Hause bleiben. Oder zumindest noch mal drei Tage. Sich auch Ruhe gönnen. Nein, ich glaube nicht. Es war auch erst die letzten drei, drei oder vier Tage. Wagons. Ich ruhe dich. Dezu dieren und Crüe dich Timothy. Halt lasst tea. буhe Ich würde euch das Spiel ja schon mal erklären, aber da bin ich nicht so gut drin. Also nicht, wenn ich es auch erst noch einmal gespielt habe. Ja. Ja, es geht schon. Okay. Okay. das kriegen wir noch hin wünschen wir alle gute besserung heute früh feierabend ja wir spielen jetzt auf jeden fall und dann gucken wir weiter was noch geht ich werde auch nicht mehr viel reden können eigentlich wie tue ich das ist ein schlimmes werk irgendwie wasser also ich versuche es noch mal so auf jeden fall machen wir jetzt ein bisschen ja ich wollte erklären aber das kann ich noch nicht erklären ich habe hier zugangsplättchen das sind zugangsplättchen 1 bis 5 so mit diesem zugang spätchen fahre ich in den ersten schritt meines zuges bis hier auf meiner luftschleuse und kann dann hier ein sponsorenplättchen der entsprechenden stufe auslösen stufe 1 würde ich dieses jahr auslösen sind spezielle aktionen die man vorher machen kann erzähle ich gleich danach wenn man das ausgelöst hat fahre ich hier ran bis ich kontakt habe zu dem taucher und der taucher wiederum führt dann seine aktion aus das wäre auf dieser ebene einen eine grüne ressource einsammeln noch auf dieser ebene platzieren ich habe unterschiedlich aufsteigend in den ebenen also je tiefer ich runter gehe je mehr platz habe ich für ressourcen in den ersten drei ressourcen habe ich nur ist drei aufträge hier geht es noch es gibt aber auch wesentlich komplexere aufträge wo ich mir ressourcen ausgeben muss die muss ich unten erledigen das heißt ich muss meine ressourcen unten sammeln das heißt taucher müssen das auch auf der entsprechenden ebene einsammeln so das ist der zug danach kommt dieses plättchen hier unten an diese anlage hier und der taucher müsste auftauchen denn er hat kein keine sauerstoff mehr muss erst mal hoch ich kann aber auch eine batterie ausgeben und konnte den sauerstoff diesen notvorrat zu aktivieren und er könnte da bleiben wo er ist ich könnte auch vor dem zug eine batterie ausgeben und den taucher um ein oder ein feld hoch oder runter zu setzen das ist entsprechend hier diesen mechaniker ich habe mich an den kann ich wieder mit anderen aktionen höher leveln auf bis zu vier dann könnte er bis zu vier ebenen hoch oder runter am abstand steht auf einer ebene das heißt ich könnte theoretisch auch sagen auch der geht hier ein hoch der weiße taucher dann setze ich erst den ein denn ich möchte lieber eine roten weiß ressource haben das ist alles möglich also man kann so ein bisschen rum friemeln hier mit seinem und seinen ebnen diese herren hier die mit den ressourcen cube die liefern einfach die entsprechende ressource in der entsprechenden farbe dann haben wir hier den ingenieur der ingenieur macht ihn wieder für eine ein credit genau die hat ihn da da wird er den mechaniker ein level hoch oder den hacker der hier unten steht der fährt immer ein feld hoch bis hier das max ist mit jedem mechaniker beziehungsweise jedes mal wenn der mechaniker ausgegeben wird der hacker das ist so ich hatte ja gesagt zugangspäckchen das genutzt wird danke auf jeden fall für die ganz viel gute besserung danke 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 das wird hier angelegt und erst wenn ich keinen platz mehr habe das heißt wenn ich zum hacker hin kein plättchen mehr legen kann dann kriege ich die alle wieder das heißt so müsste ich warten bis alle durch sind je höher level je höher gelevelt aber mein hacker ist je schneller kriege ich diese plättchen wieder bis da kann ich ihn doch bis da kann ich ihn levelen das heißt dann würde ich in alle drei züge oder alle vier züge neu kriegen würde ich alle plättchen wieder zurückbekommen so das x funktioniert ein bisschen anders das x kann ich einsetzen in jeder beliebigen ebene das ist ganz egal bevor ich das x einsetze bevor ich diese fähigkeit mache muss ich beim x allerdings das unterste plättchen nehmen und nach oben legen das heißt dinge rutschen alle eins dann kann ich die fähigkeit des x plättchens machen und dann ganz normal genauso den taucher auslösen ich kann über bestimmte aktionen x plättchen kriegen ich glaube das macht der blaue welche blauen auflösen ich glaube genau kommen wir zum auflösen dann gibt es eben noch diese neutralen x plättchen das sind diese hier die werden die werden wieder was werden die die werden wieder abgegeben ohne stimme geht auch nicht zu mir sagt man aber loswerden will ich euch nicht nein das ist alles gut du brauchst lauter fählers ich ach so sie empfehlen das gerade mb sich zu kaufen du könntest mal bei mir markus wenn du hier dich als logistiker an dienst ich zeig dir mal ein paar räume bei uns wie man hier noch spiele unterbringen könnte sehr gut wir sehen uns ja sowieso am ersten am märz wochenende das ist das ist gut überlegt immer passen kein platz hat mich selten vom neukauf abgehalten genau meine reden das ist eigentlich auch kein das ist auch kein argument das ist ich bin aloha auch drin hab auch day one ob man das braucht wenn sich das zu verzeigen ja so weiter und dann danach muss der taucher dann eben noch auftauchen dieses plättchen geht hin neutrale x plättchen wenn ich sie habe gehen wieder zurück ähm aufleveln macht der über dieses plättchen kann ich aufleveln aufleveln also wenn ich eben eine 2 das sponsorenplättchen nutze kann ich zwei credits bezahlen das sieht man hier zwei credits und dann kann ich einen taucher auf den ersten drei feldern das heißt die die über wasser noch sind kann ich aufleveln in dem moment die die unterwasser sind die können nicht mehr lernen dann werden die umgedreht dann haben wir zusatzfähigkeit oder irgendwas besser als vorher der ingenieur zum beispiel entwickelt das ganze in zukunft umsonst hacker und also alle alle charaktere oder oder expertenplättchen hier die die geld kosten machen es umsonst und die ressourcenleutchen die bringen meistens noch der zusatz noch mal geld mit oder eben auch x plättchen ich habe hier ein spion kann ich auch noch mit erklären das spion da kann ich ein plättchen zahlen ne ein credit zahlen und kann vier karten hier vom auftragstabel ziehen beide eine davon die anderen gebe ich ab das ist also ich habe hier eine offene auslage und ich habe eine verdeckte auslage jedes mal darüber kriege ich hauptsächlich punkte ich kann auch hier rüber punkte kriegen da kommen wir gleich nochmal dazu oder ich kann mit dem spion auch für eins einen taucher des gegners nutzen als wenn er bei mir wäre der muss allerdings danach nicht auftauchen also ich schädige in dem Sinne nicht dann habe ich hier den händler der händler kann auf seiner ebene kaufen oder verkaufen und zwar wenn ich kaufen will zahle ich das also wenn wenig da ist kostet natürlich viel der blaue wenn ich ihn kaufen würde würde ich 3 credits für bezahlen grün sind 2 credits grün ist da ein bisschen mehr würde 2 credits kosten wenn die dritte spalte auch voll ist dann zahle ich nur 1 credit für eigentlich ganz kleines minimarkt system das ist gar nicht doof wenn ich jetzt weiß verkaufe an den markt hat kein mensch zur zeit würde ich dafür 3 credits bekommen oder wenn ich an die oberste hier ist noch so eine leiste das gilt aber nur wenn ich an die oberste reihe verkaufe kann ich mir überlegen nehme ich 3 credits oder nehme ich einen siegpunkt dafür kann ja entscheidend sein so taucherabgrain plättchen nehmen wo wir nochmal plättchen nehmen gehen wir in diese fähigkeiten durch das war hier der roboter der roboter nimmt die plättchen genau das ist auch noch wichtig der roboter nimmt die plättchen der roboter ist natürlich auch süß das ist natürlich nach johntag hat er nicht so ein bisschen an nummer fünf lebt so viel spaß noch wenn man selber zu spielen aufbrechen alles klar patrick viel spaß das reingucken guck mal stimme läuft hier so john dark und western western legends late plättchen auch noch offen erzähl mir das nicht mit western western legends das ist ein spiel so wie lotz of hell als im ägypten style geben würde würde ich auch zu schlagen egal was kann ja sagen john of orc john of orc john of orc john of orc all in echt bekommt man dafür das alles auf ein schlag wohl im september ja weiß ich konnte ich das auch nicht ausreden keine chance wir haben ja immer gesagt ein spiel zu dritt eigentlich nicht aber es eines der besten spiele zu dritt ist nach einem spiel ist das meine mann aber ich möchte es einfach haben nee komme ich nicht drum rum nee bis auf spielen das sehen wir dann ich stimme ach doch das gefällt dir so aber das ist jetzt aber nicht Thema da kann ich für zwei punkte also für zwei credits mir auf der entsprechenden ebene eins von diesen plättchen nehmen und sofort ausführen vier karten ziehen oder ein siegpunkt ein der beiden ressourcen eine batterie danach ist hier frei es wird aus dem säckchen neues gezogen und gelegt und ich lege dieses plättchen auf die unterste auf das unterste freie feld ne das baut sich von oben nach unten auf hier sieht man so ich weiß nicht ob man die erkennen kann diese felder hier in der kamera eventuell kann man das sehen das ist immer wenn ich dann hier unten was erledige also ich muss einen auftrag erledigen in der untersten ebene in diesem fall dann würde ich zwei credits als bonus kriegen aber nur dann dieses sponsoren plättchen das hatten wir ja schon das ist upgrade dieses sponsoren plättchen bedeutet ganz einfach dass ich eins dieser plättchen ausführen kann also mir vier karten nehmen oder ein siegpunkt aber es wird eben nicht es wird abgelegt ich krieg's nicht hier auf mein tableau das ist der unterschied es wird abgelegt es wird ein neues gezogen aber ich kann es einmal ausführen diesen vorderen bonus das hatten wir das war nochmal das war ach du musst nicht zahlen du musst nichts zahlen genau das fand ich so irgendwie ist das nicht so eindeutig finde ich du musst nichts zahlen wenn händler oder spion also alles was effekt kostet in dieser ebene kosten würde würdest du in dieser ebene eben nicht bezahlen oder ein weniger kleine credits zahlen das hier bedeutet du nimmst das unterste plättchen und schiebst es nach oben also von den tauchern und das hier ist einfach ich bekomme eine batterie oder ich bezahle eine batterie das ist natürlich teuer aber mächtiger und schiebe eine ressource die ich habe um entweder ein hoch oder ein runter ausgehend von der ebene wo sie sind also sie sind in ebene 5 dementsprechend ist es zurzeit unten also nur hoch das ist das spiel 18 punkte und dementsprechend würde ich sagen es geht los ich nehme grün und schwarz gut dann lege ich los obwohl du hast jetzt auch diese app ne stimmt die staatsspieler app dank floppy du brauchst was das mit normal großen miniaturen ich würde wäre das auch ganz oben auf meiner liste das ist mir viel zu viel platz und geld wollte man ja auch alles haben ja und es hauptsächlich nur zwei spiele da bin ich raus ich fand schon noch nicht so spannend das hat mich irgendwie echt nicht interessiert und haupt nicht sagt floppy netter dialog auf bord es wäre kurz deutsch solution for cthulhu wars antwort ja dann haupt joan ist hauptsächlich nur zwei spieler da bin ich raus sagt brett brett ok joan hat glaube ich tatsächlich etwas gameplay ich leide ganz böse unter diesem fear of missing out mich überzeugt 4 of missing out ist auch etwas bitteres ach so ich weiß jetzt nicht hatten wir noch karten auf der hand nein ich weiß nicht sehr übertriebene figuren und die sich teuer ja das sieht schon toll aus so auf dem feld monumental ja das sieht auch schick aus für mich aus zwei aufträgen auf der an zu zweit ansonsten alles was noch das haben wir jetzt falsch gemacht das habe ich kurz vor meinem blackout hier und zwar das nimmt zwei ressourcen einer zufälligen farbe und jeweils eine ressource zwei andere farben aber es ist ja letztendlich passt das ja zwei ressourcen einer zufälligen farbe und dann zu zweitern ok von cthulhu wars habe ich mal ein let's play bei augen spalter gesehen dass gerade der kickstarter lief das hat mich irgendwie nicht gereizt wir haben es auch zur kickstarter zeit gemacht mirkund ich liebe alles von cthulhu aber cthulhu sind die neuen zombies das thema ist langsam leider ausgelösser projektballett das ist leider so das ist leider diese cthulhu masse nervt auch berge des wahnsinns der traurige höhepunkt finde ich schon eher full moon down das scheint aber wohl auch unübersichtlich das fand ich auch ein bisschen über die spielerisch aber spielerisch also spielerisch gut aber nicht so praktikabel jetzt spiele ich ich soll anfangen sagt sie und ich möchte gerne ach das ist doch doof die 1 mit der 1 hätte ich gern dieses plättchen aktiviert was denn nichts jetzt auch getan und hier so ein schöner stoffbeutel da sind die dinger drin ich lege diesen auftrag die ankommen wieder drunter das waren taucher upgraden ja das ist ein taucher upgraden und der kann sogar unter wasser sein dann schiebe ich ran und der taucher besorgt mir eine ressource und jetzt taucht der taucher auf ich aktiviere die drei würde ein kostenloses upgrade kriegen und gott von petersen ja das basiert ja die gotts auf gloranta das basiert ja auf den rückwärts gehörter von hintergrund natürlich cool run quest finde ich schon echt klasse das ist dann beides ich kann die ressource nehmen oder krieg ja ich kann die ressource einmal nehmen und christophilie gelegt aktuelle wieder zu viele kickstarts kickstarts highlights ja warum bin ich jetzt raus weil ich ehrlich mag ja auch haben uns auch dagegen entschieden also ich fand das nicht so frei was ich gesehen auch von dem spiel und echtzeit gestern die vaste zwischen zu hause kommt das nächste gespieler muss mal berichten wie war es denn so ist also ich mich ja mit marcel schon mal unterhalten er sagt es ziemlich hohe lernkologie alles anders jeder handel eigentlich ist aber mal schauen kann man nicht streiten ich mag es echtzeit ja guten appetit vielleicht sehen wir uns noch auf jeden fall hau rein und danke fürs reingucken und da sagt muss ich in stimmung für sein immer habe ich auch ganz drauf keine lust drauf da geht es aber jetzt um echt zeit warst wie kam es hast du für info vorab erhalten ich war noch ungeduldig okay aber gebackt hast du auch ich finde warst ja schon ganz cool muss ich sagen so aber jetzt nichtsdestotrotz bin ich dran ne und würde sehr gerne in ebene 4 müsste ich dann meine taucher kann ich muss ich nicht so ein plättchen kann ich nutzen das war so ne ich muss bloß bei dem expert in das ganze drehen und dementsprechend wenn ich da einfach nur gerne so ein schwarzer jetzt taucht er auf ist jemand bei euch bei lachung der age of kingdoms drin ja das läuft ja noch bis es ist der vorteil sind ja auch wieder 150 das sieht echt gut aus ich aktiviere die 1 möchte gerne ein upgrade marco sagt egal was denn marco egal wo sie schön als staatsspieler tradition von euch wir haben uns das neu überlegt das ist eigentlich nicht immer eine belohnung ist anzufangen als als unterliegende und zum beispiel wieder so oder man macht es so dass derjenige das spiel verloren entscheidet wer als nächstes staatsspieler ist das könnte man auch mal machen ja wir haben mit der tradition tatsächlich gebrochen ja platina bin ich drin floppy floppy das laguna ist fähig das triggert mich immer ja und sieht toll aus das fantasy hat worker placement eigentlich bin ich gefühlt schon drin die auch übrigens ich würde gerne jetzt den herrn hier starten auf drei beziehungsweise ich möchte auf zwei diesen herrn hier und dann bin ich zwei denn dann haben wir noch einen eckern anfang ich habe noch einen eckern anfang 3 und sagen dass wir kommen deswegen werde ich nämlich plättchen 3 aktivieren und upgraden würde ich dann und dann besorge ich mir dieser herr hier ein blaues plättchen auf der ebene und du bist dran dieses taucher drehen das hat uns irgendwie und ressourcen sammeln und die anderen sind ja nicht dafür da um ressourcen sammeln ein bisschen besser zu machen von daher ich aktiviere die firmen haben uns einfach entschieden das so um zu machen ich möchte die vier aber hier verfallen lassen möchte ich ja aber ich möchte den verein kredit möchte ich gerne jetzt weiß ich nicht auf ebene 4 hast du jetzt seine roboter muss ich jetzt auch dieselbe ebene aktivieren oder ist das egal welchen taucher ich aktiviere bei dir genau ja die sie dann schlecht die sind sind dann so komisch ja genau hier der spiel der gleichen ebene wieder spiel okay also ich habe jetzt bei diesen vier okay und würde dann hier quasi auch die vier nehmen ja und ich möchte gerne das hier haben und zwar möchte ich gerne auf ebene vier möchte ich gerne auf ein blauen würfel haben okay dann wird's halt er muss raus zeit fürs x plättchen glaube ich jetzt zwei mal nicht du hast du hast du hast das x plättchen das mit dem x plättchen möchte ich gerne eben mit drei aktiv werden und halt vielleicht auch nicht ich bin nochmal zurück bitte wo schieben kannst du es nicht ich erinnere ja eh also du machst dann ich vielleicht nicht auf jeden fall ja ja ich weiß noch nicht ob zwei so gut ist hier muss noch ein neues rein bitte okay dann machen wir das auf ebene vier so und auf ebene vier muss ich jetzt nichts zahlen um so ein plättchen zu nehmen das war nämlich der hintergrund und ich hätte gerne das blaue hier auf ebene vier habe damit dieses gerät gefunden schwarz blau grün gebe die ressourcen ab kriege dieses hier leider da aber bekomme drei punkte dafür und du bist dran latina latina ich aktiviere die zwei für lachuna gibt es eine sammestellung bei der spieloffensive schatz statt 150 dollar 97 das ist ein unterschied ich möchte gerne das plättchen hier aktivieren und bekomme eine grüne vielen dank saufi ich glaube das ist wichtig und möchte gerne hier früß auf weitersitzen hier wo wird das mal geheilt von kickstarter so dann möchte ich gerne ein blauen und ein grün abgeben und bekomme die hier noch ein kürtet und ein punkt ok so da kommt noch ein sehr schnell ständig das auto stelle ich das augenmerk auf nur empfinde titel geländen da sind wir noch ganz bescheiden sagten nur scarlet pimpernel nemesis und co2 alles mit sammestellung wir haben auch coole spiele gibt mir auch so ob ich sondieren mittlerweile viel mehr als früher ja halt haben hallo hallo ich muss sparen am august kommt der lego bugatti ok ja so hat jeder seine sachen wo das geld hingeht ich würde jetzt gerne die fünf noch und die zwei die fünf gerne spielen und bei der fünf möchte ich dieses schwarze würfelchen das andere kaufen oder verkaufen kann ich nicht für 1 kauf kann ich nicht mit tatsächlich die schwarze würfel kommen für zwei du bist dran ok ich würde auch das x einsetzen und zwar möchte ich das x gerne auf der drei und bekomme somit ein ich möchte gerne was kaufen für drei und zwar den blauen würfel und schwarz weiß ok ich möchte gerne oder zu sagen wir haben nichts außer die zwei zu aktivieren und dann würde ich eine batterie ausgeben und diesen rohstoff da oben hin zu liefen und dann kann ich nochmal für eine ressource ein von dir nutzen auf zwei oder was hast du noch zwei liegen ach das ist er und er bringt mir in dem fall batterien zahle ich eine ressource und sie mal 3 k so ich habe jetzt hier voll muss ich jetzt schon ein oder 5er zug und dann sagst du ein ok bei mir passt es schon nicht mehr jetzt schluss ich habe angefangen ja aber das kann ja hast du hast du deinen deinen mechaniker auch schon ein hoch ich meine ja gut aber wenn wir alle weg sind sind alle weg ja du hast doch gesagt ach so wenn sie nein du ziehst jetzt zurück du kannst du hast du natürlich klar klar du bist ja schon ein level hoch ja 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 entschuldigung gehirn weggerustet gut dann sieht die seite nämlich ganz anders aus ja ja die maus jetzt werden jetzt auch speise schnür die club agert trotzdem ein gesegneten die mausel schmecken von lego bin ich geheilt im november meine gesamte sammlung mit über 40 uvp ist jetzt verkauft oha ok lego schon cool ich hätte den lego todesstern habe hier mal bereits immer das becken war jetzt aber die historie haben wir doch glatt vergessen bei der ganzen bäckerei auch sammeln bestellung priestory sind wir auch dabei jetzt dankeschön kurze frage oliver kurze frage wann kommt jetzt nächste ranking video das 25 21 war schon super kann es kaum erwarten ihr seid die besten leben groß viel spaß beim spiel dankeschön für das alles erstmal das nächste ranking video kommt am samstag also immer samstag soll es kommen jeden samstag eine die liebe zeit hat den angelladen behalten was mit ihr aufbaut das passt der angelladen ist habe ich mir nicht angeguckt aber ich glaube ich möchte keinen angelladen von lego sehen weil es könnte was jetzt haben möchte ein lego angeladen schatz wie geil für eine batterie möchte ich gerne die zwei hier tauschen und möchte gerne wie gesagt die vier aktivieren ein kostenlosen upgrade hier oben war gerade länger als gedacht genau und sagt ja kira dann guten appetit wie findet ihr spiel also ich mag ich mir gefällt es noch kommt hier eine grüne ressource und weiß blau grün sind drei punkte plus zwei credits sieben sogar du trainierst irgendwie heimlich wenn ich weg bin ja klar erstes spiel verliert sie und dann zieht sie mich hier live dann immer ab echt so den hatte ich vergessen hochzuschieben in zwei das war letztlich gemacht habe dann wollen wir mal schauen hier so 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 Das ist wichtig. Dafür mach ich in Ebene 4, aber sonst auch keine Aktion gerade. Dann bist du dran. Oh. Ja, ja, das kostet. Das hab ich ja. Und du bist dran. Auf den Siegpunkt? Du kriegst den Siegpunkt dadurch. Einmal abgewählt hast du, ne? Mhm. Ja. Okay. Was haben wir? Nee. Das eine war hier über... Ah, okay. Gut. Ich aktiviere die 5. Wie schön ist. Und... Ja. Ist hinfällig. Aber wo kommt? Ich hab den schwarzen Rohstoff. Na. Ja. Okay. Mhm. Ja. Mhm. 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 Vielen Dank. Ich werde den 2er hier aktivieren und auf 2 bekomme ich eine Batterie, ich werde die auch gerne, und bekomme eine rote Ressource und ein Credit. Und du bist dran. Ich aktiviere die 1. Das passiert dann sofort. Taolong Deluxe für 46,9. Super. Das kenne ich gar nicht. Okay, doch. Ich mache das trotzdem. Sonst rutscht der 1 nach oben. Verkaufen war auch für 1 mehr, ne? Ja. Verkaufen den weißen für 4. Also wenn die hier dann upgrade ist, dann macht die immer plus 1. Na, so. Bei Kekse ist das erste Mal etwas abseits von Breckspüchen zu unterstützen. Das war eine Tasche. Eine Tasche. Schön, ne? Ja. Und habe verkauft. Und Spatze. Ja. Ja, das ist... Ich glaube, nach diesem Spiel muss ich mir einen Tee machen und... Tee. Achso. Ja. Stimmt. Paperback. Muss man auch spielen. Möchtest du gerne, ne? Ja. Ich würde gerne das schieben. Kommt der da hin. Das ist auch nicht so erstrebenswert. Das wäre erstrebenswert. Auf der Ebene. Ich würde gerne eine Runde holen. Ja. Ja. Das ist auch nicht so, wie ihr es hier ist. erstes plättchen auf der 1 dann könnte ich das ganze da verschieben dass ich aber ich verzichte drauf und hätte gern einfach ein blaues ressource nix plättchen gut ich möchte gerne da gibt es noch andere sachen das exaktivieren kostet kostet mich nichts und möchte gerne natürlich blut was ist denn wenn man da schon eins liegen hat das ist ja immer auf das nächste aufsteigend du musst du dich das immer das ist automatisch und stecken Okay, gut, dann würde ich aktivieren. Ich würde auf Nummer 3 eine Batterie haben wollen und möchte jetzt gerne Grün hier runter tun, das ist jetzt nicht so spektakulär, nur ein Punkt, aber gleich viel. Und dann würde ich gerne einen Credit ausgeben, um meinen Hacker abzubraden. Da bist du dran. Jackie hat gefragt, wie es uns gefällt, wie gefällt es dir? Ich mag das. Ich aktiviere die Nummer 3, würde auch eine Batterie bekommen, haben wollen. Fazit bis jetzt, Otis sieht nett aus, aber die Interaktion untereinander ist auch nur so marginal. Ja, natürlich, also Interaktion untereinander ist nicht viel. Das ist auch kein Fall. Man macht es tatsächlich ein bisschen für sich, aber das, was man nicht für sich macht, macht mir irgendwie Spaß, muss ich sagen. Und da hin, da hin, da hin, den hier upgraden. Damit ist das dann auch schon wieder... Chronobot, moin, das ist auch gespielt, das ist eher mäßig. Ja, wenn man Interaktion haben möchte, ist das hier auf jeden Fall nicht das richtige Spiel, das definitiv nicht. Oh ja, wenn man öfters mal, also, wenn man so weiß, ah, der müsste jetzt hier drauf und dann spielt man das X. Kann man da ein bisschen rumsaugen, ne? Das geht, das geht. Bin ich dran? Oh! Oh! Oh, okay. 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 Also, das ist das ist das Schlauhe. Um... Oh. Okay. 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 So, das ist das aus. Ah, 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 warte mal, ich spiel den auf 2, dann schiebe ich die, das heißt die Aktion, ach da geht das aber nicht auf, ne ich spiel den nicht auf 2, ich spiel den trotzdem, kannst du liegen lassen, ähm, ich spiel den auf 5, so und auf 5 möchte ich gerne einen gratis Upgrade machen und zwar für diesen. Und das war's, dann hockt der Händler auf, und du bist dran. Gut, ich würde auch die 5 aktivieren. So viel, mach's gut, guten Nacht, schlaf, gut, bis reinkommen, tschüss. Ähm, ich möchte gerne, wir haben mich jetzt in Sekund, um mich jetzt. Wir haben heute Roland-Kaiser-Verbot, sexistische alte Männer wollen wir nie hören. Und Santa Maria Haus durch. Ich nehme den hier und den noch einen Weißen, bekomme zwei Weiße. Ein weißer, ein schwarzer und ein grüner. Das sind drei Siegpunkte. Und zwei Credits. Die Credits bekommt man immer nur, wenn man einen Auftrag in der Schleuse aktiviert. Genau. Und so was hier ist zum Beispiel drei unterschiedliche. So, das geht der hier wieder. Ja, nicht wirklich unterschiedlich. Ja, von jedem eine Farbe. 1,1,1. Oder? Die sind auch, was wir erfüllen, musst du auf einer Ebene, dann so viele verschiedene Ressourcen angegeben. Du kannst frei entscheiden, welche Ressourcen abgegeben. Aber sie müssen alle unterschiedlich. Alle unterschiedlich. So. Und. So, da bin ich dran. Dann muss noch ein neuer. Ja. Das ist kein blöd. Ja. Das ist toll. Aber da 보izen haben wir das ganze über intensive Polizeioch mit Frise, Das war das chyba nicht. Und dann, das ist rein. Das ist nicht gut. Ah, dann machen wir was anderes. Ich spiele mein Fünferplättchen. Und auf 5 hätte ich keinen Punkt einfach hier. Was Neues hin. Und lege da ein Einser. Ein Einser-Gessource. Und da bist du dran. So, jetzt kriege ich alle wieder. Das ist ja blöd. Wie gefällt euch an die Städte aus in Kyoto im Nachhinein? Du meinst, ich hatte es ja noch nicht ganz ausgedacht. Ja, wir haben immer noch nicht so viel gespielt mit diesem Advanced Modus. Ich finde es ein bisschen Stratego mit so ein paar Kniffs. Und das fand ich nicht ganz so. Ich habe mir mehr erwartet, sage ich einfach mal, von dem Spiel, als es letztendlich geliefert hat bisher. Ich habe Otis vor kurzem auch zum ersten Mal gespielt. Das Spiel ist sehr gut gefallen. Hallo, Tina und Michi. Wir sind also auch immer noch dabei, das gut zu finden. So, ich blieb hier. Ich schieb mit anlockt. Würde eine Batterie bekommen. Facebook-Gruppe Bretspielwiesen mit meinem Spielstärbezimmer. Die Gründer-Kommentare. Und würde eine grüne Ressource bekommen. Okay. Ich spiele die 5. Ich hätte gerne auf der 5 das hier gemacht. Mit einem blauen. Und dann bist du dran. Dann muss er neu hin. Ich aktiviere das X auf der 5. Ach, ich kann es vergessen. Ich kriege noch einen Credit. Und gebe eine Batterie aus. Mit der Batterie kann ich den nach unten schieben. Und ein schwarzer, ein weißer und ein grüner. Ist das 1,1,1 hier? Genau. Das sind zwei Punkte. Und eine Batterie. Und zwei Credits. Möchte ich gerne 4 Karten. Möchte ich gerne 4 Karten. Okay. Ich werde auf. Ein Moment. Ai, ai, ai. Ich mache das in Kyoto zusammen mit mir. Ich habe das bestellt. Einfach um die Versandkosten. Das ist ja ein gutes Spiel dabei. Ja. Ja. Sie sind ja auch kein totaler Ruckkrepier. Aber ich fand es irgendwie. Man kann das schon, glaube ich, taktisch spielen. Aber so richtig vom Hockergang hat es mich irgendwie nicht. Ran und Snowblank gewagt. Ah, okay. Und? Brettballett fragt Chris. Wie geht ihr mit Spielen, um die ihr nicht mehr spielt? Verkauft ihr die? Und da gibt es dann auch so Spiele, wo ihr euch trotzdem nicht von trennen könnt, obwohl sie nicht mehr gespielt werden. Es gibt beides. Wir spielen von vornherein, die kommen wieder weg. Es gibt aber auch Spiele, die stehen aus wehmütigen Gründen einfach im Regal. Und Rezensionsexemplare, die wir nicht spielen, mehr, aber was ich nicht so doll finden, die geben wir ab. Die kriegt dann hier so ein Brettspielverein örtlicher und sowas. Die verschenken wir dann weiter, die verkaufen wir nicht. Aber es gibt auch einige Spiele, von denen wir wissen, die kommen nicht mehr auf den Tisch. Und die unten noch Platz fressen, sag ich mal. Aber es ist so. Aber ich kann mich da trotzdem nicht davon trennen. Wir haben jetzt vor kurzem erst nach Ewigkeiten Röcke der Helden von Pelasus verkauft. Und haben die limitierten Versionen mit den bemalten Zinnfiguren bei beiden Boxen. Aber das wäre nie wieder auf den Tisch gekommen. Aber wir haben es trotzdem lange, lange behalten. Und ich glaube nicht, dass wir es vermissen werden in diesen 20 Jahren. Oder? Nein. So, jetzt. Wo drehe ich der? Das ist ja nicht doof. Ich spiele 3 und kann den hier kostenlos einsetzen für dieses Plättchen. Und bekomme eine, oh, grüneres Wasserfeld. Grüne oder weiß war es, ne? Ah, weiß hätte ich gerne. Da musst du dran. Da muss ein Neues hin, bitte. Ja. Also die Vöcke der Helden mit den Zinnfiguren gut verkauft und ich dir auch noch rum plus die Beine weiter rum. Ja, sie waren halt lange, also was heißt lange, also bestimmt zwei Monate bei Bordelbeek drin oder so, bis sich dann jemand erwarnt hat. Aber dann ging das einigermaßen. Also da war wohl auch gar nicht viel gefeiligt. Also das war okay. Aber ich glaube, die Zielgruppe, die das Spiel sucht, ist eher klein. Ja, das ist bestimmt so ein Ding. Das könnte ich mir vorstellen. Ich aktiviere die 1. 0,1 Siegpunkt. Aber es gibt sicherlich welche, die gehen zu zweit, aber es gibt auch genug, die eben nicht funktionieren. Bist du sicher, dass ich nicht direkt wieder in den Sack komme? Weil irgendwann ist das Ding ja leer. Dann bin ich dann gekommen, die Reihen zu bei uns, ja. Alles klar. Und ich habe hier noch irgendwie... Achso, das ist der Siegpunkt. Der Siegpunkt. Und er rutscht noch ein nach oben. Und somit... Jetzt wieder da. Jetzt wieder da. Das ist schön an Bord im Marketplace. Ich versuche den Preis zu drücken. Das stimmt. Ich versuche den Preis zu drücken. Ich versuche den Preis zu drücken. Was dann? Oh Spaß. Ich spiele 4. Und möchte das Ganze dann nicht nutzen, glaube ich doch. Da sind wir 3. Da muss ich den auf jeden Fall drehen. Moment. Ne, ich spiele 4, möchte das aber nicht nutzen. Aber man möchte 4 Karten. Okay, ich mach schon mal weiter, ich aktiviere die 5, möchte gerne noch eine Batterie und bekomme eine schwarze Ressource. Ich hatte einige Spiele aussortiert, ich habe in Facebook wieder nur Diskussionen gehabt, ja es ist immer ein bisschen anstrengend. So. Der muss noch wandern, das habe ich noch nicht gemacht. Der muss noch wandern, das habe ich noch nicht gemacht. So. 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 oder 5. Ich hätte gerne einfach da eine Batterie und eine schwarze Ressource. Und du bist dran. Ich spiele die 4. Und ich möchte für 2, 4, 6. Ich habe es hier von englischem VP für 30 Euro angeboten. Schreibt mich an Anzeichen für 15 Euro. Super. Ja, toll. Es kostet unnötig Zeit. Irgendwann kauft es jemand. Und wenn nicht, dann hat man keinen Zeitvertrag. Ja, das ist es. Erstmal für 4. Und zwar ... Das war nicht unspannend. Es geht um Snowball. Zweit wird man manchmal einfach dazu getrieben, so wie Risiko zu nehmen oder zu 10. Wie lange und wie man langsam verliert. Grün. Anwender. The great fucking back. Schaut euch das Video an. Lass das hier verzeigen. Überzeugt. Von Ikea. Ich habe Snowball bisher nur so zweitgespielt von der Bisschen. Ich muss mir das auch nochmal angucken. Das hier bleibt. Rennspiele, die wirklich Rennen als Thema haben, mag ich ja nur auch wieder. Wenn so Rennen auf Leisten entsteht bei irgendwelchen Spielen, weil man im Zweiermodus ist. Wie bei Santa Maria zum Beispiel. Das mag ich meist nicht so. Aber wenn es wirklich ein Rennspiel ist, bei dem Rennen das Thema ist, finde ich das nicht ganz cool. Du hast es bald geschafft, ne? Das weiß ich nicht. Ich muss das nicht so gut schütteln. Das ist aber wichtig. Ich werde mich nicht so gut schütteln. Okay, dann gebe ich... Soll ich meinen Zug schon machen? Ja. Ich warte eben auf dich. Ja. Kann ich mal direkt hier jemanden schreiben nochmal. Ich bin immer noch an Rising Sun dran. Als ich sage, dann schauen wir unsWhich auf einen Punkt tejen. Als ich mir etwas in ihr rechts rauskomme, jump mir... Na geradeher habe ich und bitte nicht immer hier rechts anケont Stunden. Ein immerer... Ein immerer... Da ist das ein sonstiges Linus manual. Man arbeitet ganz direkt. 0ti advio. was ich sehr cool fand ab ziemlich abgefahren von steampunk rally das macht ich ganz gerne wenn das den krass gut aus guck mir auch mal an auch die deutsche version von rising sun ja ne ich nicht ich möchte die die schildkröten haben und ich möchte die die mandate haben und das ist einfach ich möchte foxclan haben so dann bin ich dran ich gebe aus wir sind ich gebe auch eine batterie um sie ich muss um ihn ein level tauchen zu lassen ja sie ein level hoch dadurch geht er ein level runter und dann sind wir nämlich hier auf zwei und sie ist auf 1 gehe ich mit ihr hier auf die 1 und verkaufe einen blauen für drei credits und du bist dran ok das ist jetzt ein toller top geeignet surface von mal ich glaube der video ist echt cool ich gucke mir das nicht mal an Okay. Also, Blüter. So, ich hatte ja einen blauen verkauft, ne? Und da bist du dran, ne? Ich spiele das X hier, möchte für eine Batterie tauschen. Und ich könnte den jetzt hier kostenlos upgradeen. Und wo kommen wir hin? Was? Gut, jetzt spiele ich die 5. So, mit der 5 mache ich erstmal nach vorne diese Sponsorenplättchen und lasse ihn auftauchen. Dadurch kommt da der grüne und da bringt mir gleichzeitig noch einen Credit mit. Und ich habe hier unten jetzt liegen für jeden einen, bekomme 4 Punkte und eine Batterie und ein Credit. So, jetzt muss ich mal irgendwas gucken. Nochmal 2 Credits hier als Bonus. Der kommt weg und die Batterie, lasse ich, gebe ich aus. Damit bleib er da unten. Da bist du dran. Da bist du dran. Mhm. Dumm, dumm, dumm. 1.100 mal gibt die Aufrufe und aktuell für 80 Daumen hoch. Ja läuft, ne? Macht Spaß. Okay, ich aktiviere wieder die 4. Ja. Ich würde für eine Batterie ihn hier tauschen. Und 4 kostenloses Upgrade. Das ist ein grüner und ein Credit. Was muss von dem weißen nochmal, das ist die Abgrifffähigkeit, das ist ein Unlockzeichen. Weißt du was im Kopf? Weiß Unlockzeichen? Der Techerexperte. Wer? Wer? Der weiße, der weiße Upgrade. Das kannst du dir hier eins wieder nehmen, das hier liegt. Oh. So, ich spiele die 3. Grade den ab über die Sponsorenaktion. Das kostet mich 2. Ah, ich krieg noch einen Punkt. Und dann besorgt der mir da eine weiße Ressource. Und ich kann einen wiederbekommen, das ist der 5er. Und dann bist du dran. Mhm. Ich spiele die 5. Würde den hier tauschen. Möchte gerne blaue Ressource. Und dann rutscht der hier wieder runter. Okay. Ich spiele die 1. Und dann rutscht der hier wieder runter. für 4 Karten. Und dann möchte ich gerne diese Karte hier haben. Die schiebe ich drunter. Die erfülle ich auch direkt. 2,1. Mach zwei Punkte. Und eine Batterie. So. Denn, ähm, muss er hoch. Und du bist dran. Okay. Ich aktiviere das X. Mhm. Und zwar hier. Ähm, und zwar möchte ich gerne tauschen für eine Batterie. Ja. Ähm. Auch hier. Okay, kann man machen. Da bekomme ich eine schwarze Ressource. Mhm. Eine Batterie. Christi erledigt. Und zwei schwarze. Zwei grüne. Und eine weiße. Sind fünf Siegpunkte. Und ein Credit. 19. Du hast angefangen, ne? Glückwunsch. Danko und du nochmal zwei. Ich weiß aber nicht, ob die doch relevant sind. Dankeschön. Ja, kannst du jetzt nochmal? Oder bist du jetzt nochmal dran? Nee. Achso. Weil ich angefangen habe. Geht ihr aber auch so, ne? Das sind jetzt hier noch nicht gespielt. Das reizt mich total. Und, ähm, ich hab's ja mal nicht. Ich war immer noch auf eine deutsche Version. Aber, äh, das interessiert mich schon. Ist gut. Lohnt sich das? Ja. Ja. Das war Otis. Wie fand ich's? Ich mag das. Ich mag's auch. Nach wie vor. Nach wie vor. Ich hab das nicht für die Dauntachen, aber okay. Zumindest bei drei Spielern. Wie lange spielt man da zu dritt so dran? Ja. Ich hab's auch. Ich hab's ja auch. Wie ist denn euer Eindruck von Otis? Also die, die es jetzt gibt. Ich hab's schon gehört. Ein paar fanden ist nicht so gut. Wie immer eigentlich. So, sag ich mal. Die Meinung gehen halt immer auseinander. Mir gefällt's. Was sagt ihr denn zu unserer Idee, dass uns das hier echt ein bisschen an Noria erinnert hat? Liegen wir da völlig falsch? Ich finde solche Ideen immer, ja, zumindest interessant, drüber zu reden. Aber da wir beide irgendwie dran gedacht haben, ist für mich dem Magi das beste Star Trek Spiel. Wir spielen das Spiel genial. So drei bis vier Stunden, wenn man die Regel kennt. Okay, alles klar. Ja, muss ich mir mal anstacheln, dass er die Regel anfängt, man nicht sehen. Das hat es, aber kommt damit irgendwie nicht in die Puschen. Das klingt schon los zu. Rotes Jahr ist okay, sagt Opa. Das klingt ja super. Also ich muss tatsächlich sagen, dass es mir gut gefällt. Auch besser als Santa Maria. Ja, also ist doch ein bisschen... Klar ist, dass ihr auch irgendwie ohne Interaktion einfach Ressourcen sammeln und machen und tun. Aber... Ja, und muss aber schon gucken. Ich muss gucken. Und es ist ja schon irgendwie... Doch, es macht mir Spaß ganz einfach. Was sagt ihr zu der Meinung? Wie findet ihr das denn? Ist das ein Familienspiel aus dem Kennerspiel? Genau. Jetzt ohne jemanden was Böses zu wollen. So, ein Tragen. Das war nix heute. Die letzte Woche war schon. Ich hab irgendwie gerade wieder... Ich muss sagen, im Vorfeld habe ich beide Spielen gewonnen. 19 zu... 14. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, man muss hier schnell sein. Einfach die Kennerspiele, sagt Tina und Michi. Marco sagt dazwischen irgendwo. Wärmserfekt ist eher wie gehobenes Familienspiel. Muss es nicht haben, aber fragt mich, vier Wochen noch mal was. Zu 0 kann ich leider keine Parallelen ziehen, hab's nicht gespielt. Allererseits. Achso, die Mäuse. Die haben wir. Ja, natürlich haben wir. Ja, aber das hier wird schon so... Zwingt Keepern, sag ich mal. Vier Stunden finde ich jetzt nicht schlimm. Nö, absolut nicht. Vier Stunden spielen ist völlig in Ordnung. Das Spiel ist auch gerne 8 oder 9 oder 10, da hab ich überhaupt keine Probleme. Neue, sagt irgendwie, kommt irgendwas richtig Gutes zu... Ich hab ganz viele Arme, das... Deshalb hab ich mir das ganz geklemmt. Ja. Ja. Noria ist, äh... Das ist schwierig. Das ist halt ein grundsolides Euro-Spiel. Ich hab's auch heute wieder zum Tisch gehabt. Ein grundsolides Euro-Spiel. Das Rad ist toll. Der Rest ist ums Rad gebaut, finde ich. Aber jetzt so nach, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Spielen ist bei mir aber doch die Luft raus. Und das ist einfach, äh... Ich hab's in allen Besetzungen gemacht und... Es wird jetzt nicht besser, sag ich mal. Es wird auch nicht schlechter. Eher so, dass man sagt, okay, äh, schlechter dahin geht, dass man vielleicht nicht mehr spielen möchte so schnell. Aber... Es ist wirklich grundsolide. Und grundsolide... Für grundsolide hab ich keinen Platz. Das ist leider einfach so. Und, ähm... Da fallen mir auf den Schlag... Zeige andere Spiele ein jetzt vom Jahrgang, äh, wo ich eher mach. Also... Na? Es gibt auch Leute, die's mögen. Aber so, die sagt, da ist ein guter Durchschnitt, der überwiegt irgendwie, ne? Oh, das wird für mich wie an Spielekategorie echt ganz gut. Dafür hab ich leider zu wenig Zeit. Ja, was war's? Das schöne hier dran ist, finde ich eigentlich, dass es relativ schnell geht. Also, die haben jetzt ziemlich viel grübelt. Ich bin aber auch ein bisschen, äh, raus gewesen irgendwie. Aber, ähm... Ich mach das Tütchen da. Ach da. Und, äh... Ich denke schon, dass man was zur zweiten Heimschule spielen kann. Das denke ich auch. Das glaube ich auch. Und, äh... Hier ist es ja auch letztendlich ein Race. Mhm. Aber irgendwie ist es hier ganz gut umgesetzt. Also, wie macht es Spaß? Ja, wie gesagt, das ist ja auch bei World War 50... First State so. Das ist ja auch nur Race. Aber es macht Spaß. Ja, genau. Das ist aber nicht so, dass das man hinterher... Hinterherher kommt, ähm... Muss, dass das man machen muss, muss... Weil es beide eben halt mitmachen müssen, so. Ja, genau. Das hier fand ich abgefahren. Mit Klett. Ne, ich weiß nicht, wenn das da alles drin ist. Wozu ich dann diese Fläche hier noch brauche. Aber gut. Und schön ist es, ne? Also, es ist... Ja, auch die Qualität. Ja. Da, bisschen wellig, ne? Das ist ja zurzeit irgendwie ständig. Ja, aber vielleicht liegt das hier aber auch an unserem Raumklima. Angelo und Melli. Hallo! Da muss ich verabschieden. Vielen Dank fürs Streamen. Einen schönen Abend. Ja. Ebenfalls danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Und... Besten Dank. Static Frontieres. Ja, Static Frontieres ist Match Night, genau. Ja. So, jetzt spielen wir noch eine Runde Paperback, sagst du? Nein. Also, durchaus ein gutes Spiel. So. Das ist, finde ich, das Schöne hier ist es wirklich Platz genutzt, ne? Ja? Hier. Ja, einen Moment. ähnliche Schachtel wie Burger Brothers, ich mag solche Schachteln, ja genau, das ist auch gleicher Autor, gleicher Zeichner dementsprechend, ein literarisches Deckbauspiel, also ich muss hier nochmal einen Aufbau haben, wir spielen jetzt mal Grundversion, das ist Allys erstes Spiel, Und du schaust den Schichtmordus, ne? Genau, genau. Genau, ohne die bösen Karten, das ist ein klassischer Deckbilder hier im Grunde, und ich mache jetzt mal wieder ein paar Punkte, die Öffne zu lassen, das ist auch nicht einfach, das ist auch wichtig, das ist ein klassischer Deckbilder hier, das ist ein klassischer Deckbilder hier im Grunde, das ist ein klassischer Deckbilder hier im differential, ein klassischer Deckbilder hier im Grunde. Okay. Okay. Jetzt kannst du die auch noch andersrum drehen. Ich glaube, das kann man dann von der Kamera besser machen. Das kann ich gleich machen. Machst du das sonst mal? Ja. Ja. Okay. Ich hoffe, Markus da. Markus hat super langes Internet. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich nicht helfen kann. Okay. Jetzt kriegen wir hin. Ne. Muss hier Platz sein in der Mitte? Ich glaube, das ist besser, wenn das so ist. Oder muss dann noch was ausgelegt werden? Nein. Das muss nicht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das, Spatz, kannst du das sehen, ob das da oben drin ist? Sind drin. Okay. Das hier, ne? Ja. Da komme ich nicht dran. Schwarz. Ach, komm. Ach so. Ach so. So. Okay. Dann gucken wir jetzt in der Kamera mal hin. Okay. Ja, ich kann das nicht vorstellen, ich kann das nicht vorstellen. Ich habe es noch nicht geblieben, aber ich habe es noch nicht geblieben. So, das ist die Auslage. So, das funktioniert folgendermaßen. Du hast Karten auf der Hand und die haben auch gleichzeitig jeden Wert und da einen Wert. Du hast fünf Karten, wenn du da bist, auf der Hand und musst aus diesen fünf Karten, möglichst mit vielen Karten, die du hast, auf der Hand ein Wort bilden. Das hier sind Joker. Da hast du fünf Stück von. Ich mit meiner Wortfindung störe. Da ist drin. So, die verschärfte Variante spielen. Das sind auch alle Joker. Aber die bringen am Ende des Spiels eine Masse Siegpunkte. Und das hier bringt auch Siegpunkte. So, das ist darüber, du kaufst. So, du legst deine Wörter. Sagen wir zum Beispiel D-A-R-T-Dart. Hier ziehst du die Punkte. Die Joker haben keine Punkte, aber das sind eins, zwei, drei Punkte. Für diese drei Punkte könntest du jetzt wiederum eine neue Karte kaufen aus der Auslage. Warum zählen die Joker keine Punkte? Zählen nicht. Beliebiger Buchstabe sind die, aber die haben hier eine durchgestrichene Zahl. Null. Zählen nichts. Also, und für drei könnte ich mir jetzt wieder was kaufen? Für drei könntest du dir wieder was kaufen. Es gibt allerdings auch einen öffentlichen Buchstaben. Das heißt, ich könnte mir meinen Joker sparen und den einfach da reindenken in das Wort. Das A. Das ist aber immer nur das A. Und der würde mir wieder einen Punkt bringen. Der bleibt ja auch für immer liegen, oder? Nein, eben nicht. Da. Das sind vier. Wenn ich den ohne Joker spielen würde, mit diesem A, sind es vier. Und vier könnte ich dann wiederum kaufen. Entweder zwei Zweierkarten, I. Da muss ich mich aber darauf verlassen, dass die nächste Karte gut ist. Und die haben teilweise dann noch Fähigkeiten. Entsorge diese Karte, nachdem du sie verwendet hast. Die kannst du nur einmal benutzen. Ich könnte mir aber auch eine HE kaufen für vier. Oder ein T. T hat mir auch die Fähigkeit, plus eine Karte nachziehen. Das ist auf der Karte drauf. Mit HE ist es aber allerdings so, wenn du HE ausspielst, muss es auch HE zusammenhängt sein. Nicht das H da und das E da. So, wenn du ein Wort baust mit sieben Buchstaben, kriegst du dieses A in dein Deck. Und die nächste Karte wird aufgedeckt. Diese Karten bringen gleichzeitig auch Siegpunkte am Ende des Spiels. Das hier, die kosten natürlich, fünf bis siebzehn. Sind aber auch... So haben wir denn auch die siebzehn Punkte gekostet? Ich glaube, es sind 15 Punkte wert am Ende. Und ich muss das Wort auch mit siebzehn Punkten legen, ne? Du musst siebzehn, wird von siebzehn haben, ja. Um das zu kaufen. Also ich kann nicht erste Reihe legen, zweite Reihe legen. Und es muss ein Wort sein, das siebzehn Punkte bringt. Ganz genau. Ach du meine Güte. Und Schluss ist, wenn zwei von diesen Stapeln aufgebraucht sind. Oder die hier alle verbraucht. Ich kann doch alles sagen, Dinges, Dings. Ich meine das Dings. Du kannst auch Dings sagen. Aber du müsstest dann Dings schreiben. Du wolltest auch spielen. Ich wollte ja auch meinen Joker haben. Aber mein Joker ist ja jetzt verhindert. Ne, der Joker ist da. Ich helfe, er hilft nur bei Wortfindung, nicht bei Käufe. Wir haben letztens World Domination, das haben wir schon. Aller Erde lässt sich sehr gut so spielen. Da geht es um Aller Erde. Nachher kommt mir, um es mir zu holen. Ich bin verheiratet, da will ich raus. Floppy, okay. Aller Erde ist echt schön. Gefällt mir deutlich besser als Odin. Ach nee. Hab ich Floppy gesagt, er ist verheiratet. Ich war gesagt, Floppy ist noch nicht verheiratet. Tino ist verheiratet, deswegen ist er da raus. Mit dieser Atikama Sutra-Geschichte, ja. Gingen auch nicht so viele Siegpunktkarten aus. Bin mir unsicher gerade. Moment, Akur, gleich mal eben. Also ich kann Aller Erde nur empfehlen. Da geht es um Aller Erde. Muss allerdings noch mit der neuen Erweiterung testen. Chris World Domination sagt, Bad Ballet ist ein Error-Control-Wort-Spiel-Spiel-Wort-Wort-Spiel-Spiel. Mit Superschurken. Fein Kickstarter. Das klingt gut, aber das kenne ich nicht. Und Marco ist da. Aber das klingt wirklich gut. Das Word Domination, muss ich sagen. Wir müssen uns mal angucken. So, jetzt genug, genau. Ich glaube nämlich auch, dass es zu viele sind. Die Rumkarten. So, wir spielen zu zweit. Die werden nicht sortiert, sondern nach Wert. 17, 8, 8, 5, 5, 11, 11. So. Hau nicht immer so auf den Tisch. Oh, Spatze. Bevor es kann ich damit abhaut. Ja, danke. Ne, Scully? So, hier die Rumkarten nach ihren Kosten. Und wenn ich hier auch noch so, ich spiele die 2, 5. Ja. Markus, da nur etwas Lärm. Überhaupt, das wird Spaß. 4 gibt es davon. Von den 8ern. Da gibt es auch 4. Das ist halt Romantik. Deswegen mische ich die. Und da haben wir letztens schon, ich habe das mit Floppy gespielt. Page Turner ist da auch. Das ist ein großartiges Wortspiel. Page Turner. Also nichts weiter als Seitenumblätter. Das ist Page. Aber Page ist ja gleichzeitig auch ein Vorname. Und Turner. Das ist cool. Das ist cool. 11. Da gibt es 2. Da gibt es 2. Und 17 gibt es 1. Devil's Bride oder Lady of the West. Was machen wir? Lady of the West. Für alle anderen habe ich eine Solo-Variante auf Facebook gefunden. Eigentlich keine Automar-Variante. Die ist die deutsche Version. So, du hast auch so einen Kartensatz. Was hast du da für Teile? Achso, Quatsch. Das sind die aussortierten. Alles klar. Wenn du Angriffskarten liegen hast, siehst du dann, da steht Angriffskarte auch drauf. Die kannst du vor dir ablegen. Also die werden am Anfang am Zuges abgelegt. Die hast du halt praktisch nur liegen, um die Lass zu liegen, damit der Gegner weiß, er ist gemeint. Dann wird das Wort gelegt, die Wortlänge ermittelt, Kartenfähigkeiten angewendet, das Wort wird gewertet, Karten werden gekauft, Karten werden abgelegt und 5 Wortkarten. Also ich glaube, man legt auch die Karten ab, die man nicht hatte. Also ich muss jetzt hier auch meine Kartenhand, wie viel ziehe ich auf? Hat man immer 5? Ja, das ist immer 5 Wochen. Die sollen wir denn mit 5 Buchstaben auf 17 Punkte kommen? Die Punkte bringen ja mehr. Hier, guck mal, wenn du so ein J-Einbau ausbringst, dann 5 Punkte. Das ist viel schwieriger, 7 Buchstaben-Wort mit 5 Handkarten. Du brauchst dann die. So. Ich bin dran, ne? Ich soll anfangen? Ich fang tatsächlich an, komm mal, DART. D, A, R, D. Macht 4 Punkte, das können wir schon mal ablegen. Und für diese 4 Punkte kaufe ich mir ein I und ein U. So, okay, oder soll ich was anderes nehmen? Ich denke. Bist du in der WhatsApp-Gruppe oder bist du woanders? Bist du. Ah, alles klar, ich hab's, okay. Ah. Den, den lasse ich aber dann raus. Ja. Moment, Moment. So. Da bin ich dran. Ne, du bist dran. Ich hab mir jetzt die Karte da gekauft. Ist, T, R, A, D. Ach so, da musst du die auch noch dran. Strand. Strand. 4 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist echt nicht leicht. Auch Spaß. Ja. 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 Sprechen. Ich bin krank. Ich bleibe da noch runter. Ich muss auch gegen zwei Leute hier spielen. Von einer Sprachwissenschaftler. Das ist. Gut. Ähm. Ja, für 5. Ich bin gerade Spiele-Solo so vollkommen reizlos finde, dann spiele ich lieber Videospiele. Ja, habe ich auch immer gesagt. Ich habe so ein bisschen entdeckt für mich die Cosims Solo. Da gibt es total coole Dinger, also auch mit echt guten Mechanismen. Das reizt mich total. Da bin ich so ein bisschen eingestiegen jetzt und werde dann mal loslegen. Das macht Laune für mich. Sorry, die Karte. Ja, weiß ich nicht. Wenn man die noch mit dazu zunehmen kann eigentlich, weiß ich jetzt nicht, ob das so prickelnd ist. Ich bin nicht gerne am Computer. Oder kommt so. Conal hat das auch für sich entdeckt. Solo spielen. Genau. Das ist wir haben uns ja ähnliche Sachen gekauft. Das ist viel mit Kochen. Für Freunde oder meine Frau stehe ich gerne schon lange am Grill. Wenn ich Strohwirt fahren und alleine schiebe ich mir einfach eine Pizza ein. Aber finde ich ja gut, dass du Brettspiel. Ich nenne das Steak und Lachs, während am Computer spielt ihr so die Tiefkühlpizza ist. Was haben die denn für Unterschiede? Wer gibt die und die? Das hier ist, ist der Wert des Wortes acht oder mehr? Kannst du eine Karte mehr ziehen? In der nächsten Runde. Oder du darfst zwei offene Karten aus dem Angebot erzeugen. Außer Ruhmkarten. Wenn das Wort acht oder was mehr kommt. Armer Christ, ja. Danke Markus und Tanja. Wenn das Wort mehr acht. Wenn das Wort, der Wert des Wortes acht oder mehr ist, dann kannst du eine Karte mehr nachziehen. Mhm. Du kannst du siehst du sofort. Du ziehst du die Nächste Runde in die Karte nach. Ich nehme die mal auf. So, jetzt kommt die hier drauf oder schon direkt in die Hand? Auf der Ablagestapel. Wie früher. Also wie immer. Nee, das ist dann nach sich statt. Ach, also hier mit rein. Genau. Solospiele finde ich auch nicht reizbar. Nicht reizbar, habe auch noch kein gutes, wenn ich entdecken kann. Wie gesagt, im Wargame-Bereich, da bin ich so ein bisschen fündig geworden. Das ist natürlich jetzt blöd. Lukas Hasshagen, hi. Hallo. Kommt mal wieder in der Runde gleich, ob ich das schrecken. Das wäre eigentlich mal Zeit, ne? Ich kümmere mich drauf. Ich bin nur noch selten und beziehung. Konsole sagt Klaus Klaus W. Ja, das ist es, ne? Dann habe ich das liegen, wo ich noch keins gespielt habe. Da ist es jetzt, das sind meine Top 5 geschafft. Reines Solospiel, ja. Brettspiele sind bei mir eben wegen der sozialen Komponente so hoch im Kurs. Will ich entspannen, habe niemand da, dann halt eben auf der PS4. Ja, natürlich, alles zu seiner Zeit. Ich zack natürlich auch, liebe, gerne Konsole. Aber wie gesagt, diese Dinger, die habe ich jetzt entdeckt, so für mich, da freue ich mich echt auf Neues. Und irgendwie immer so Brettspiele, äh, es geht nichts darum, da drüber einfach mit mehreren Leuten am Tisch zu sitzen, einen guten Abend zu haben. Das ist, das ist einfach so. Das sehe ich genauso. So, das sind ja nun Erfahrungsgebiet nicht mehr so viele. Und ich lege, äh, und ich lege, Nasen. Das sind immer noch nicht sieben. Und es sind auch nur drei Punkte, aber, was willst du machen mit den Anfangsgaben? Und für drei Punkte, die hätte ich dir in der DE hier. Ja, bei mir ist es jetzt nicht anders. Angst. A, N, E, S. Ich arbeite auch in der Gaming-Branche, da geht das auch nicht so. Ja, stimmt, klar. Das ist klar. Ich hätte zwei Punkte und dann nehme ich das A. Angst. Ja. Ja. Danke, Mako. Nee. Oh. Nee. Jetzt bin ich. Okay. Jetzt ist alles gut. Oh, ich spiele ich Mako hier nicht so wie die Kaula-Welschen. Das ist... Bin ich dran, ne? Ja. Gar nicht. Macht vier Punkte. Hätte ich gern das Tee hier. Ich kenne jetzt nur auf das hier. Kleines Spiel hast du mir gut. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, echt eine gute Sache. Freitag ist billig und sehr gut. Jetzt habe ich noch nie gespielt. Okay, das muss aber, da muss was dran sein. Fertig habe ich auch noch liegen, aber habe ich noch nicht gezockt, muss ich sagen. Ja. Okay. Ich mache jetzt auch mal. Ich nehme das Wort-Wort. Drei. Drei. Vier. B. 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 Hier. Ja, ich nehme das mal. Ich muss, boah, soll der Hammer sein. Joch, das hat jetzt schon auf der Schwerpunkt. Hatte die jetzt vorhin auf der Hand? Die, die mich ausspiegelt, ich komme weg. Komm auch weg. okay die hatte ich vorhin eine war war ich glaube ich ja alles alles immer weg ich spiele ein trend für vier habe ich immer mehr das ist vielleicht noch ein bisschen mehr so richtige solo haben also menschen als daten und hier was meine worte bereich reinstecken wirst dann die mittel war das ist ein stück auch keine richtigen kursen stimmt gespielt das kann mir vorstellen dass das funktioniert mit die karte mit schneider robinson crusoe sagen die meutes auch auf unserem kruso jetzt nur das jahr ein das sieht gut Also ich würde das hier nehmen mit dem virtuellen A. Okay. Okay. Stand. es sind vier und ich möchte gerne ja das ist gut was ich habe habe ich ich nehme die zwei ok sauna für drei punkte weil viele soker tut sich nicht viel aber ich hätte gerne das einzelne die kommt von da oben dann wieder runter ok mir fehlt jetzt nur das 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 ein ja 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 kommen die ja du bist ja okay okay ist nicht mich gerade hier auszuholen ist aber ich spiele rat und wenn diese erste buchstabe des wortes ist plus zwei das macht insgesamt wird von fünf mit der fünf kann ich dieses lang ersehnte drei vier fünf wenn diese wenn dies der letzte buchstabe eines wortes ist eine karte nachziehen kann ich dir jetzt schon hier runter viele aus keine ahnung danke marco mir kommen kurze ja ganz kurz na da sind aber zwei punkte das reicht mir du bist dran sowieso legendär mal komm mal zu dir ja ja stand dann kann man hier bei youtube links im chat einfügen ganz erstaunt die meute wundern sich auch aber es klappt meint jetzt konnte man immer einstellen er macht immer automatisch dass das also ich mache es eigentlich immer auf 12345 in der hilfe ja ich habe nur verpasst ich dieser und das ich muss das hier auf pause haben ja dann macht doch dein handy nebenbei ja ich bin dran das würde mir jetzt als erstes einfallen maximilian sprit an euch ihr seid im traditionellen bestandteil meines sonntags gewollt durch euch habe ich viele neue spiele kennengelernt macht bitte weiter so ein arme an morgen noch job da auf einen kaffee dankeschön maximilian viel vielen dank das oder ohne das wäre ich gerne auf jeden fall und die jetzt abzugeben könnte man auch das mit dem virtuellen was dann recht kurz gut guck 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 Okay. Wenn wir das so machen würden, dann würde ich auf einen Punkt mehr kommen. Ich habe ja jetzt auch Hilfe. Man könnte es aber auch so machen. Also kommt auch nicht mehr raus. Da kommt ja eh nicht so viel raus auf einmal. Von daher passt das. Ist immer so gut temperiert und lecker. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee mit. Dann kann es nur ein guter Tag werden. Schön. Die wird das entsorgt und habe auch schon wieder fünf Pfund. Das A muss nicht eingebaut werden ins Wort. Kann man. Fünf. Okay. Ja, das war ein bisschen, wenn wir von einem Fleck kommen. T und das I. Nee, 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 nee. Ra. Ah. Ich hatte hier irgendwie das E. Macht fünf. Das E wird entsorgt. Ja, stimmt. Ra macht fünf. Mhm. Und erster Buchstabe plus zwei macht drei. Und dafür hätte ich gerne von Patch Turner was gekauft. Ein Schachti-Chan hat auch schon jetzt. Ja, ich muss bei der Arbeit so oft keinen Kaffee trinken. Von daher oder laufwarmen Kaffee. Von daher zu Hause mag ich es gerne heiß. Die würde ich behalten, oder? Würde die dann hier nehmen. Mit dem A dazwischen. Weil mehr kann ich nicht machen. Und mehr Pute würde es mir jetzt sowieso nicht bringen. Die würde ich lieber aufbehalten für was anderes. Okay. Bin ich dran, oder? Gut. T. A. D. E. L. Tadel. Die klappt leider nicht mehr. Macht eins, zwei, drei Punkte raus. Äh, so ein erstes ist glaube ich nicht so doof. Kommst du drauf? Ich nehme ihn Rabe. Raben. 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 R. A. B. R. 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 Guck mal, jetzt wird es auch schön. Ich bin dran, ne? Mhm. Blöd. SAUSE macht 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Und du bist dran. Mega Ziff mit 18 Spielern, da wäre ich gerne mal dabei, muss ich sagen. Das ist gut. Das Spiel ist besser, als ich mir gedacht habe, aber die Holzseite, Fisch und so weiter sind wir doch lieber als Buchstabe, als Geschmackssache, ne, geht nicht, doch. Das ist echt noch so eine grüne Denkkomponente. Wir nehmen den Besen für 6. Okay. Nimm dir eine Karte, die bis zu 4 kostet. Uff. Wir nehmen mal ein O. R, A, U. Warte mal. Wir nehmen mal ein O. Warte mal. Vielen Dank. überraschend witz überrascht später spielen dominio mit worten ja genau das gedacht oh Mann was kommt jetzt positiv überrascht ja es macht echt Laune es macht echt Laune ganz schwer finde ich wenn man sich erst mal auf ein Wort eingeschossen hat Neues zu finden das eventuell noch mehr Punkte bringt in der gleichen Hand okay alles klar ja ja eigentlich für dich wurscht du hast langweilig Rat das sind 5 Punkte weil das R am Anfang ist staunen 1 2 4 1 2 3 5 7 8 was müssen sieben Karten sein um wahrzunehmen ja mindestens sieben Buchstaben okay das könnte auch gut werden für acht hat was von typo für fortgeschritten ja genau so ein bisschen wenn das Wort aus mindestens sieben Buchstaben bezählt besteht plus drei ja dafür braucht man ja erst mal irgendwie eine Karte die dir das ermöglicht mit dem nachziehen wann ist das Spiel eigentlich zu Ende? Zwei von diesen Stapeln weg oder die alle? Mhm okay ich nehme die mal mit rein für acht ja das war dann nicht schon jahr eh drin wo ich glaube ich bin jetzt auch denken gestaunen hat hatte ich noch Ja. Ja, das ist ein R, äh, Entschuldigung. T, A, N, O. K, Tank, bringt, äh, 203, ich habe eine Karte mehr, zieh gleich, und du bist dran. Mhm, ich denke, ich, fuck off love, von gelesen, aber nie gespielt selber. Ich nehme dort, für 3, das T, ja, nein, alles klar. Ja, ich nehme das mit, mit, mit einem A drin. Ja, ich nehme das mit, mit einem A drin. Ja, ich nehme das mit, mit einem A drin. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich nehme Warten oder was auch immer. Undelikat, gibt es das? Ja, wieso, wenn was nicht delikat ist? Ja, ist das unmittelikat? Und ich bekomme damit vier Punkte und ich nehme das... Ich nehme Warten oder Wasser. Okay. Ich spiele Lou. Na, und zwar mit diesem A. Das ist ihm auch egal. Warte mal. Hier spiele ich das hier. Ich spiele Lunte. Und plus 1 pro Joker im Wort. Das macht insgesamt 2, 4, 6. Und für 6... Nämlich so ein N hier. Du musst hier weg, sonst kriege ich mal eine Karte. Ich glaube, ich habe noch richtig wenig Platz. Ich warte immer noch auf Istanbul. Das wirft schon Altiplan, was da auch hier bei mir in Österreich sind. Unglaublich. Das ist ja heftig. Haben die lieferbar oder... Das ist echt... Echt zwei schöne Spiele. Gerade Altiplan, das finde ich super. Das ist ja heftig. Vielen Dank. Du bist dran, ne? Das ist ja ärgerlich. Jemand hat hier Lobotomie gespielt. Jedes Büro bei mir selbst. Sehr schön. Das geht für bis zu 4 oder 5. 5, 2 bis 5. 5, 3 bis 5. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sauna macht 1, 4, 5 und der ist 2 wert, macht 7 Punkte. 2, 3, 4, 5 und für 7, ich gebe auch nur 6 aus. Irgendwie habe ich jetzt, habe ich mich jetzt hier vertan. Ich habe eine Frage, Chris. Ich habe mir Freitag vor einer Woche gleich ein bisschen Schreckens geholt. Nach dem dritten Spiel kam es mir vor, dass die Russen im frühen Krieg ein Vorteil ist. Ja, ich finde auch, die Russen müssen am Anfang pressen, 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 haben sie eine Chance. Und das wird schwerer und schwerer, je weiter man kommt in dem Spiel. Die Amis kriegen irgendwann die Oberhand. Das ist so ganz gut simuliert eigentlich, das Ganze. Hätte der Beo mehr Punkte gegeben? Fragen die Mäuse. Hast du ein Beo? Beo? Ja, weiß ich, weiß ich gar nicht. So wie jetzt, meine Frau reagiert echt allergisch. Ja, sie hat ja auch recht, sie hat ja auch recht. Die ist auch jetzt. Es wird aber... Oder fällt dir noch was anderes ein? Ja. Genau, das ist ein guter Preis. Auf jeden Fall. Okay, ich hab was. Dental. Zwei, drei, vier, fünf. Und eine mehr Nachtziehe. Also eine Nachtziehe, kann ich jetzt nicht mehr gucken. Aber die krieg ich nicht rein. So. Fünf. Für fünf hätte ich gerne... Wie liegt der da für fünf? Nehmt den Joker. Wir nehmen die Tante. Ihr nehmt die Tante. Wir nehmen die Tante. Ihr. So ist das. Aber blöd, dass der Finger jetzt weg ist. Nimm mal das Y gekauft. Oh. Boardgame-Kugel. Ja, gameslo habe ich mal bestellt in UK. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Ja, so hier. Mehr von. Von der Schuhe. Von der Schuhe ist auch nicht. Okay. Also wieder blöd, die uns gerade. Da kann ich viel mitmachen. Gerade. Wieso oft? Fünf Punkte. Jetzt möchte ich jetzt die fünf nehmen. Die beste oder eine Lüge. Ja, nicht die beste. Oh, eine Frage gemacht. Nächste Nacht sie naht, klar. Ja, das ist jetzt einmal. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank. und noch das a dazwischen wie ich dran ja stunde also hier würde ich das acht mit reinpacken macht 204 das muss weg aber soll ich tun hoffe das wird auch so gestiegen wie ich das denke ich nehme die triade 1246 angriff mitspieler dürfen keine buchstaben verwenden die acht oder mehr kosten aber ich glaube das ist eine karte aus der hand und sorgen wenn du das machst ja was 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 ist denn jetzt wenn ich hatte ja die triade liegen und somit keine mehr auf der hand wenn ich keine auf der hand hat kann ich auch keine sorgen gerade auf der hand er musste gerade von der hand ist ja dann geht das nicht okay rasten ich würde jetzt hier noch das a mit reinnehmen und ich mache das theater ja genau genau das virtuelle o kommt damit auf drei und würde dann das ch nehmen ganz andere sachen t a d e oh gott l n tadeln 6 tadeln macht 1 2 3 4 5 mark so schön ins bett und wünscht allen gute nacht und ja gute nacht schlaf gut gute nacht guten start keine strecke nicht so eine stressige woche stresse ich mir so sein trotzdem macht gut und wir sehen uns schlaf gut tschüss und danke das ist erstmal das eine mehr ziehen das geht nicht das geht die dann ich das Ähm, das verstehe ich jetzt nicht. Das sind doch Siegpunkte, oder nicht? Das Handy nicht einfach mal anbleibt. Ja, denke auch. Nur der Mäuselmann. Oh, danke, Welcome Back Mäuselfrau. Nein, Mäuselmann. Okay, du hast es gemacht? Nein, ich bin noch nicht ganz durch. Ich muss eben hier... Ich gehe hier, auf der Glocke Ehrlein zu sehen. Ich gebe euch das eigentlich gerade an. dass wir einen kleinen Äpfel nehmen. Also war es eben so. Weil wir unseren Öffel füllen nicht, dass wir uns auch nur in der Glocke Ehrlein und müssen uns auch noch in der Glocke Ehrlein machen, wenn wir uns mit dem Äpfel nähen. Oder können wir auch nur noch nicht. Und da kannst du auch nicht einfach mal vor... Es sind kräftigen, oder? Es war nicht Enjoy das, Jetzt gibt's gar nicht. Äh, fehlt mir ein Joker, das gibt's gar nicht. Raus, vier Buchstaben und eine Karte mehr nachziehen. Also vier Wert und eine Karte mehr, da hätte ich gerne eine ES nämlich. Nowboarding, gibt's das denn schon? Und dann war's auch ein Bild schon auf Lager, okay. Okay, wir nehmen die Asse. So, sind vierer und ich denke, äh, glaube ich noch nicht, äh, Angriff, äh, Angriff, Mitspieler halten, Minus 1 pro Joker an ihrem Wort. Okay. Also da musst du das mal liegen lassen, ne? Minus 1 Punkt, wenn du Joker einsetzt. Nee. Nee. In ihrem Wort. Deine Angriffskarte bleibt liegen, bis du wieder dran bist. Ach so. So, da ist es. Liane. Und plus 1 pro Joker in diesem Wort. 2, 4, 5, 6, 7. Und für 7 könnte ich jetzt tatsächlich ein Y kaufen. Ja, ich könnte, aber ich tue es nicht. Ich nehme tatsächlich mal so eine Angriffskarte mit V. Nein, Floppy. Es gelten auch englische. Mal mehr. Was denn? Gehen auch englische Wörter? Theoretisch nicht. Dann würde ich das hier nehmen. Nee, geht nicht. Gehen auch nicht. Du bist dran, ne? Okay. Wir nehmen Heureka. Christus Allah, ne? Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben. Christus Allah. Und Christus noch den Wert ausgezahlt. Okay. 3, 6. Okay, du musst nur überlegen. 3, 6. 7, 8. Du hättest auch noch für 3 was kaufen dürfen. Du darfst mehrere Karten. Das geht hin. Nee, würde ich sagen. E für 8 Buchstaben. 3, 6. Stunde. 7, 8, 8, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, und L habe ich schon wieder, 1, 2, 3, 4, und du bist dran. Frau Rieke kann das von Marco, fragt Kona? Ja. Und das mit dem E noch. Ja. Ich bin dran, na? Trost. Mit Angriff. 1, 2, 7. Und für 7 hätte ich gerne ein K. Und der Angriff, ich lasse ihn hier liegen jetzt. Das bedeutet, du darfst nur 4 Karten ziehen jetzt. Wir nehmen retten. Du hast aber 5 auf der Hand. Du müsstest jetzt ziehen, regeltechnisch. Ach so. Also du müsstest die 5 mal mischen und eine weglegen. Angriff. Das sollten wir jetzt mit Angriffskarten aneinander spielen. Passt trotzdem. Gut. Wir nehmen trotzdem retten. 3, 4, 5, 6. 4, 6. Das ist die gerade für Glückwunsch. Glückwunsch. Das ist das Amtstehen. Heute geht man so ein Patch-Up gegen. Warum macht man das? Drehen die Geldsorgen oder so? Das kann ich mir das nicht vorstellen. Oder gespielt irgendwo. Oder für durchgefunden, ich weiß es nicht. Du darfst eine benachbarte Karte wie ein Joker behandeln. Sie behält ihren Wert und ihre Fähigkeit. Die Doktor schläft in der Mitte. Wenn wir spielen, dann mal Vikings Unruhe zu Ende. Noch einen schönen Abend. Ja, viel Spaß. Dre Palett. Schönen Gruß an München. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Und viel Spaß. Das kann nicht doof sein. Wollen wir das noch spielen? Ha. War es jetzt die Ablagestapel? Ich hatte nur gemischt, ne? Ja. Andere. Macht 6-7 Punkte. Du hast aber jetzt keinen Angriff oder so, ne? Nein. Schuh-Schuh. Schatz? Ach, Mensch. Schuh-Schuh. Ich schee. Oh shit. Ich mache denialen. Ah, okay. Sie schaltet sich immer aus. Aber ich glaube auch nicht, dass es doof ist. Das ist dein Placement. Dann ziehe ich auch jetzt Karten, wenn ich dran bin. Elli hat einen Mäusel auf der Hand, lese ich gerade. Na, wir haben noch was anderes. Wir nehmen die Amsel. Oder ist Mäusel? Ja, die würde ich ganz gerne noch behalten. Gut, ähm, 5, 6. Ich komme auch nicht. Okay. Okay, das ist ein Angriff, der bleibt I. Okay, das heißt jetzt minus 1 pro Joker, ne? Mist, ich bräuchte den Joker eigentlich. T, R, ist leider so. E, N, D. Trennt. Trennt. Plus 2 pro Joker in meinem Wort. Das heißt, das ist nur noch ein Wert, der Joker. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und du bist dran. Okay. Den wir auch, ja, ja. Aber ich ziehe trotzdem 5, ne? Ja. So, und die kommt jetzt weg? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 17, 18, 19, 19, 21, 23, 14. Saures vielleicht habe ich ja nicht der letzte saures und das macht 147 das sind ja tolle buchstaben durch irgendein follower ist dran im l übersprungen das kann sein kann also mir fällt jetzt nur das jahr wenn es das wort gibt das auch aus lau jetzt zieht sich den joker und 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 ach so ich bin ich habe das nicht laufen hallo ist das kein wort parallel an machen coole sache schlaf gut tschüss und viel spaß bei antenner marco meldet sich da gerade nicht aber ich weiß nicht ob es das wort gibt also wir waren bei wo und ich würde ganz gerne die bobe haben wobe es gibt doch oben hier eine bobe ne 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 Ich glaube, ich kenne es auch nicht. Okay, Google kenne es auch nicht. Nee, ich möchte nicht sprechen. Okay, dann wären wir bei wo. Für fünf. Ach, Mensch. Alles so gemein. Okay, ja, für fünf. Dann hätte ich gerne das R. Für jede nicht verwendete Karte in deiner Hand plus eine Karte nachziehen. Okay. Nein, ich möchte diese Autobobel nicht kaufen. Kein Netz für den P.O. Ich bin zweimal. Ach ja, stimmt. Du bist zweimal. Ich warte hier dazu noch auf eine Antwort. Okay. Vielen Dank. Was ist Beo? Ein Vogel. Also ich dachte, eine Abkürzung für einen Kickstarter, den ich verpasst habe. Wir sind echt alle geschädigt hier. Zwei Karten. Ja, Beo ist ein Kuhl. Ich kenne die aus dem Vogelpark. Die nennen ja auch ihren Namen, Beo Beo. Wenn der Bett ist, ist das ein Beo, Wolf. Der Beo von meinem Onkel hat auch gerne die Tür klingelt und das Telefon imitiert. Das ist bestimmt super, wenn man schäfe die Wohnung rennt. Okay, wir nehmen die Mechs. Nur westliche Brettspieler wissen auch, wann es in China Neujahr ist. Wie lange es dauert, gibt es eine Angriffe. Angriff. Mitspieler dürfen keine Buchstaben verwenden, die acht oder mehr kosten. Okay, Mechs. Drei, vier, sechs, sieben. Ach, das hat gebraucht. Leiter! Ich bin hier noch nicht fertig. Ach so. Was hatte ich jetzt gesagt? Drei, vier, sechs, sieben. Steht Mechs im Duden, fragt Floppy. Wir machen hier YouTube zensiert. Jetzt kann ich mich noch ein Buchstaben mit da reinnehmen. Das ist hier die Nerd Edition. Wenn du das machst, nehmt ihr eine Karte, die einen Cent oder wie auch immer Mehrwert ist. Ach, das ist alles alles so. Marco, ich nehme jetzt das Y und du machst das schon. Dafür haben wir einen Bäcker aus den USA jetzt gelernt, dass man bei einem deutschen Verlag keine Via Kicks hatte, keine exklusiven Holzbausen backen sollte. Okay, was warum ging es da? Leiter nach wie vor. Leiter nach wie vor. Leiter. T-E-R. Fünf. Komm mir auf keinen grünen Tag gerade. Fünf hätte ich gerne lassen. Du bist wieder dran. Ich nehme einfach den Tee für drei. Hier. Und du bist. Ja. Ja. Me. Die. Z. Zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben. Ah, das sind sechs, neun, zehn. Ne, acht, neun. Neun sind es. Dann hätte ich gern den. Und jetzt kann ich mir die nächsten fünf Karten meines Nachtsichstapels ankommen. Und entscheiden, ob ich die darunter legen würde oder haben. Die lasse ich tatsächlich liegen. Da geht was. Du bist dran. Ja. Genau. Wie qualitiert bei den Zwergen konnte man das Spiel erstens über Holzboxbecken. Das ist aber nur die Presssparenbox, die wir zum Beispiel auf dem Basel haben. Und das kam dann ziemlich geklickt und erst an. Ich glaube bis heute nicht ausgeliefert. Haben wir aber nicht mehr im Blick unsere Sachen aus dem Projekt. Haben wir alle bekommen. Ah, okay. Echt? So ein Problem gab's. Also. würde mir das jetzt nur einfallen mit dem virtuellen E. Okay. Okay. Wir nehmen die Schere. 3, 5, 6. Alles nicht so toll. Ich nehme das Z. mit. Okay. Okay. Keine andere Karte. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Die geht, das stimmt. Die Anode macht 7 Punkte, eine Karte weniger an 18 in der nächsten Runde. Und für 7 nehme ich so 10. Ich glaube, hier hat auch einen Tipp für dich. Wenn du eine Karte kaufst für das Y, musst du nur noch gleichzeitig O-U-T-U-U-B-E ziehen. Da könntest du YouTube legen, das passt. Ich glaube, hier ist ein Tipp für dich. ich nehme jetzt englisch oder immer nicht das war gut alles super das war total gut dankeschön dann nehmen wir dann nehmen wir sind ja natürlich ja und punkte ja man nehme ich das b angriff okay starke macht 56 10 11 punkte das spiel zu ende da wird noch nicht zu ende ich mache das spiel ist für mich tut mir leid marco so Ich mache Kuh auch. Wir haben das vorher nicht festgelegt, was darf und was nicht am Gott haben, deswegen... Lass mal's durchgehen. Langsam verstehe ich das Spielsatz, Lukas. Gut, ich habe 7, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ich habe 7, 14, 18, 22, 30. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Wenigstens eng, Glückwunsch Chris. Dankeschön. Dankeschön. Ich trage es mal ein. Das waren bei dir jetzt 24, ne? Ja. 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 okay dann haben wir es drin dankeschön vielen dank vielen dank vielen dank namen einladen schießt die spieler dann großartig auskommt ja nicht erklärt deswegen sind wir da nicht so nicht so knickerig aber hat ja auch nichts gerissen die fünf punkte sind gesagt das gerade dürften ok und wie viele hast du da gekommen ich nur einmal die anode die app die siegpunkte eingebracht habe ich keine karte gekauft das war jetzt davon nicht die nein über dominion richtigen zeitpunkt wählen sie punkte zu kaufen ja stimmt stimmt ja das schöne hier dran ist das dass man sich die hand nicht zumult in den siegpunkten dass man sieht dass du die siegpunkte bekaufst du trotzdem noch als joker einsetzen kannst du sagen die ganz angenehme sache finde ich im spiel was denn da kann ich mit leben so schussu sagst du auch tschüss genau mensch elli lass chris auch mal gewinnen genau so ist das lässt du nicht spiel es nur wenn die gewinnt nein 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 quatsch nein 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 so bist du nicht das wäre schlimm der die kalos zu spielen gottes willen auch elisa jetzt bin ich auch kaputt kaputt war übrigens nur ein witz spielen das stimmt nämlich nicht das ist nicht so also da müsste ich ja die die tore von lo lang lojang bisher alle partien gewonnen müsste ich das ja super gut finden stimmt nicht ja oder die erste hast du gewonnen der zweite habe ich gewonnen die koop variante ja die kann man aber nicht jetzt das wäre gar nicht ja das stimmt das stimmt alles klar ich sag mal auf jeden fall ja ich mache die schotte hier schon mal dicht okay macht's gut das war's heute wir sagen jetzt einfach mal ganz kurz und knapp tschüss weil es ging ja noch ganz schön lange noch hat sich gezogen das spiel war lange hin ich sag mal gut ihr lieben ich fühle mich dann auch mal gute nacht und gute neue woche genau tanja ja schlappt alle gut bis morgen nicht fast bis morgen morgen machen wir nicht live morgen ist nicht live nee nee ist nicht live nächsten montag wahrscheinlich wieder alles klar dann sage ich noch mal schlaft gut besten dank bis zu gucken ich brauche noch zwei minuten bis ich dahinten bin ja auch trotzdem danke marco und ich halte die wahrscheinlich nur die hälfte anbieten gemacht du bist jetzt einmal hier und die runter so schwarz die andere schotte auch dicht die andere schotte auch dicht genau tschüss tschüss